Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf GuchenTV Uncard. Heute ist Twizy Mizi mit am Start und ihr wisst, was das bedeutet. Heute gibt es wieder eine nice XXXL-Reaction auf Blazin Daniel. Ja, es ist ja das beliebteste Video auf dem Kanal und da dachten wir, gönnen wir euch natürlich irgendwann den zweiten Teil. Heute geht es um das Video Warum ist Zuverlässigkeit für viele so schwer? Persönliche Erfahrungen. Ich würde sagen, man kann es an den Bewertungen sehen, wie gut das Video ist, aber das ist für Blazin Daniel eigentlich ziemlich Standard. Geht eine Stunde 16. Ich persönlich habe das Video schon laufen gelassen, wo wir unser Männerwochenende gemacht haben. Verkadert habe ich da so ein bisschen zugehört. Ich weiß, dass es sehr, sehr lustig ist und wir werden uns heute auf jeden Fall drüber lustig machen. Es geht um das Thema Zuverlässigkeit. Keiner hatte mehr Freunde als Blazin Daniel in seinem Leben, deshalb kennt er sich aus. Ja, der kennt sich aus. Und da gucken wir einfach mal rein. So, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Freunde. Hi. Ich bin auch mal wieder hier und ich dachte mir, ich will heute mal ein Thema ansprechen, was einfach überwiegend häufig in letzter Zeit vorgekommen ist und was mich jetzt dazu veranlasst, einfach mal darüber zu sprechen, um auch Erfahrungen auszutauschen und zu hinterfragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ich habe hier schon einen Wikipedia-Eintrag aufgemacht, damit im Hintergrund es geht, um was es geht. Es geht um das Thema Zuverlässigkeit und darauf komme ich, weil ich in letzter Zeit... Digga, ich finde das schon so weird, dass er, guck mal, er hat diesen Stream gestartet und hat vorher schon mal den Wikipedia-Eintrag zur Zuverlässigkeit rausgesucht. Das ist doch nur unangenehm. Das ist wie so eine PowerPoint-Präsentation. Ich habe euch jetzt hier was rausgesucht, ich habe euch hier mal den Artikel zur Zuverlässigkeit mitgebracht, den gucken wir uns gleich an. Ich habe auch noch ein paar praktische Beispiele mitgebracht, da gucken wir auch noch mal gleich rein und dann hoffe ich, dass ich euch das Thema auf jeden Fall näher bringen kann. Also ich habe die erste Träne gerade verloren. Eine Sängerin zum Beispiel gesucht habe, mit der ich Features machen kann. So, dazu habe ich mehrere Leute angeschrieben unter dem Hashtag Sängerin gesucht oder Musik und dann geguckt, wer so relativ normale Likes hat. Das ist halt auch immer so, wenn du jemanden wirklich Bekanntes hast oder so und sagst, du feierst denen so das Talent von dem, du willst Musik machen, aber der hat wirklich völlig emotionslos einfach, oh, ich brauche eine Sängerin, ich suche jetzt einfach random irgendetwas, ich habe nichts mit dem zu sagen, weil das einfach so eine Plastik-Mucke ist, die der macht so einfach, ach, ich schnau, direkt am Anfang, Okay, ich muss mich beruhigen. Oder halt in einer Umgebung, wo man glauben kann, dass Leute auch noch zurückschreiben, denn scheinbar ist auch das Thema zurückschreiben, das kennen wir ja auch alle, nicht mehr das Selbstverständlichste. A.K.A. Blazen Daniel, der irgendwie jeden Blog bei WhatsApp so weiter Beef hat. Mich auch. Ist das Zufall der Sicherheit? Hat er dich geblockt? Ja, ja, safe. Echt? Mich glaube ich auch. Und ja, da sind mir jetzt so viele Sachen passiert, dass ich einfach, also ihr müsst wissen, erst mal zu mir, ich bin jemand, der sehr, also ich habe meinen Workflow und ich bin, ihr wisst ja selber so, durch die Streams, ich mache jeden Tag eigentlich einen Song und ich schreibe den dann, ich fange 22 Uhr an, den ersten Part zu schreiben oder bis zur Hook, dann wache ich auf, 9 Uhr und schreibe den nächsten Song und, ach Quatsch, den nächsten Song, den zweiten Part weiter und fange dann irgendwann so 11 Uhr an. Ja, weißt du, eine Sache checke ich nicht. Das ist ja sein Tagesablauf seit 10 Jahren. Stell dir mal vor, du gehst jetzt 10 Jahre täglich ins Fitnessstudio. Wie krass siehst du aus? Wie können seine Tracks noch so schlecht sein? Wie ist es? Das geht doch gar nicht. Also alleine, wenn du es machst, wirst du doch besser oder nicht? Wenn ich jetzt jeden Tag einen Track schreibe, also man hat doch irgendwann auch einfach mal bessere Reime oder weiß, wie man float oder nicht. Also ich muss sagen, ich, äh, es gibt ja Musiker, die fangen an zu rappen, die treffen sofort den Takt, die sind gut. So, ich bin jemand, ich muss zu mir jetzt echt erarbeiten, etc. Und ich meine, ich kann jetzt davon leben. Und deswegen, also wenn man etwas macht und dran bleibt, wird man in der Regel besser. In der Regel. Seine Lernkurve ist eine Linie. Kein Neigzeichen. Nochmal. So. Ein umgedrehtes Neigzeichen. Blablabla. Der ist dann, zwei, drei oder vier Parts sind dann so 16 Uhr fertig oder 18 Uhr. Und für mich ist der Song dann fertig. Ich mache das aber auch natürlich schon eine lange Zeit und das kann man natürlich nicht von jedem erwarten. und andere Leute müssen vielleicht ins Studio gehen oder, keine Ahnung, Termine machen dafür. Ja, weißt du, das triggert mich auch. Er stellt sich jetzt über jeden Künstler, Real Talk, er stellt sich jetzt gerade über jeden Künstler, der sich Mühe gibt bei seinen Tracks. Er disst damit indirekt Kollegah und so, ne? Mhm. Weil er sagt ja quasi, ja, ich fange abends an zu schreiben am nächsten Tag, sind dann vier Parts fertig, dann nehme ich auf. Also andere brauchen länger und müssen ins Studio, aber ich bin ja so ein krasser Typ, also ich mache halt mal so vier Parts in sechs Stunden. Seit zehn Jahren oder so? Zehn? Ja. Aber Digga, du kannst doch nicht damit angeben, dass du sagst, ja gut, ich mache hier meinen Track in fünf Stunden fertig. Ja, die Reime und so sehen auch so aus. Das triggert mich voll, weil er denkt, das ist krass, dass er das kann. Aber die Frage ist doch, gibt es nur einen Menschen, der diese Attitüde bei ihm abkauft? Gibt es einen? Ja, im Chat, der warer H1. Was hat der? Weiß nicht, das ist der Einzige. Achso, der war bei ihm. Er hat halt eine Person im Chat und die ist aber auch gut am Start. Digga, aber das regt mich wirklich auf, weil er denkt wirklich, dass das ein krasses Attribut ist. Das hat er wirklich von sich. Das ist so krank, Digga, wirklich. Also macht er sich keine, kein krasser Rapper, kein krasser Rapper macht das wie er. Wie kann er denn dann von sich überzeugt werden? Zwizy kannst du doch von dem Ja, schreiben und so, ne? Und dies und das und man bringt auf jeden Fall auch Grundverständnis mit für die jeweiligen Begebenheiten. Aber der Grundgedanke ist ja, dass man Musik gerne macht. So ey, geil, ich hab Bock auf den Track, bin dabei und so ist ja dann auch die Situation. Also Leute sagen, ja, ey, klingt echt cool, ich bin dabei oder irgendwie so. Mega dies. Ja. Und dann müsst ihr wissen, wenn ich Musik mache, dann geht es ja um drei Parts plus Hook. Für andere, die ja dann, ich suche ja nur jemanden für die Hook. Geht es eigentlich nur um vier, es geht um vier Zeilen oder maximal halt acht Zeilen und naja, das kann eigentlich nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man sich hinsetzt und naja, ich geh jetzt erstmal, ich geh jetzt auf ein paar Beispiele ein. Ich hab ein paar Beispiele mitgebracht, die sind auch brandaktuell und dann wollen wir das mal anhören und zwar habe ich jemanden geschrieben, ich weiß noch nicht, ob ich den Namen gleich zensieren werde. Macht er nicht. Macht vielleicht Sinn. Das kann ich ja schon sagen. Naja, ich hab jemanden geschrieben und ich hab Folgendes gesagt. Warte, ich zieh das Fenster mal rüber. So ganz leicht. Ja, jetzt ist auch zensiert. Nicht alle zensiert. Und sag mal, was ich hier gesagt habe. Hi Mandy, ich bin Daniel, ich bin Rapper und ich habe eine Frage und zwar auf ein Problem. Aber er hat den Namen schon mal gesagt. Stimmt, Mandy. Mandy, Grüße gehen raus. Mandy. Auf ein Feature. Ja, du kannst ja mal sagen, ob du dafür offen wärst und ich kann dir einen Link schicken wo ich mir ein Feature gerade suche für. Wow, wow, stopp, 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 stopp. Ist das das Erste, was er ihr sagt? Ja. Also meldet er sich so bei ihr? Ja, oder hey, wie geht's dir? Du siehst das hier ganz oben. Das ist der Erste natürlich. Wollte mich mal vorstellen, ich bin der und der oder das. Sondern du schreibst random jemanden an, den du nicht kennst. Hey, KuchenTV, mit einer Million Abonnenten. Ich würd gern ein Feature mit dir machen. Wie geht's dir? Jo, ich würde wissen, denn hier meine Tracks haben so 20 Aufrufe. Außer wenn ich Aufrufe kaufe, vielleicht hast du ja Bock, mir mal eine Hook zu machen oder so. Wär schon geil. Ich würde dir auch vorschreiben. Weil ich bin so ein krasser Künstler, ich mach 100 Drucks am Tag, weißt du? Tja, meld ich mal. Sehr egal. Das wär nett. Danke. So, dann hab ich den Link geschickt mit einer, ja, mit dem Track. Ist natürlich auch, ich find's immer gut, wenn man sich direkt mit etwas Greifbarem meldet. Ey, ich suche da für ein Feature und ich, wollen wir generell mal ein Feature machen. Und, genau. Mein Musiker hat's blutet. Ihre Antwort war, 1948, 21,24, also relativ zeitnah sogar. Die Antwort war, auch. Ich find's auch geil, er liegt auch einfach Sprachnachrichten und so. Das ist für ihn jetzt doch so legitim einfach. Und wie gesagt, er hat auch nicht alle zensiert. Und jetzt bitte zählt, diesen einen Begriff mal mit, wie auf dieser Begriff fällt. Hi. Wow, ich hab mir das durchgehört. Boah, die hört sich aber schon niedlich an, ne? Hast du das selber geschrieben? Meld dich doch mal bei uns, vielleicht können wir ja viel. Lass mal wirklich versuchen, an die Leute im Chat, versucht bitte, jede Musikerin, die er angeschrieben hat, herauszufinden. Ich will so einen Mammut-Mix machen, mit dem Lesen, der dir kein Feature gemacht hat. Wie geil wär dieser Track. Okay, da würd ich's sogar mitmachen. Das wär doch ein megageiler Track, wenn wir mit denen zusammen Track machen. Schrieben und komponiert, das ist echter Wahnsinn, wirklich. Also, es gefällt mir schon sehr. Nur, ich kann leider nichts sagen, sondern mein Management, du musst das leider mit meinem Management, die ist aber auch cringe, die ist aber auch cringe. Ich bin bei meinem Management, machen natürlich ein komplettes Album, bei mir, es kommt Ende des Jahres raus, aber schreibt mein Management an und frag meine Management an. Boah, das ist unangenehm. Ja, man, es wird unangenehm. Ich finde das eine tolle Idee, eine tolle Sache. Ich finde das, nochmal ganz kurz Pause, nochmal ganz kurz Pause, bitte. Frag mein Management. Ich muss das nur kurz, weil es vielleicht noch... Ja. Wenn du auf dem Level bist, dass du ein Management hast, etc. und dann sagst, wow, du hast das selber geschrieben zu dem, was er da geschickt hat. Ja. Entweder hat er das gestellt, um sein Video irgendwie full zu machen. Nein, nein, er regt dich wirklich auf. Er ist einer, der meint das ernst, Digga. Digga, was gibt es für Menschen? Ja. Ohne Witz, ich bin erschüttert. Erschüttert. Okay, also ich... Sechsmal soll ich das Management fragen und dann nochmal schriftlich. Mein Management, ähm, hier ist der Name. Okay. ist auch in meiner Bio. Ey, sieht man das Management? Ich sage dazu. Geil. Hi. Dann können wir doch darüber gucken, oder nicht? Ja, ja, warte, wir können... Na, das ist schon das Höchste. Ja, klar. Google das mal. Also der Beat ist gekauft, ne? Der ist jetzt nicht von mir... Latino oder kurz? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, der hat danach auch nur mit dem Management geschrieben. Ich glaube, das sieht man dann auch. Okay. Miesen, Text und Melodie und halt... Sie will halt nur nett sein. Naja, guck mal, ich meine, wenn sie keine Lust auf ein Feature hat, dann soll sie das einfach sagen. Aber ich, also das wird halt irgendeine kleine Musikerin sein. Blazen, Daniel wird niemanden anschreiben, der wirklich Reichweite hat, weil er da weiß, dass er da nicht ankommt. Ich finde, eine schöne Stimme hat. Ja, hat sie auch so. Aber als ob, als ob die nicht selber abklären darf, mit wem die ein Feature machen darf. Also dann soll sie doch einfach sagen, nein. Vielleicht hat sie so einen Freund wie mich, der ein bisschen Spaß hat. Lative Management steht da wohl. Lative Records. Natürlich, ja natürlich. Ist doch voll bekannt in der Musik. Das ist so dumm. Ja, alles klar. Für mich ist das immer komisch, wenn jemand sagt, er hat Management, weil ich denke mir so, hä? So, kann man nicht irgendwie frei entscheiden, was man für Musik macht? Aber, ja, ich werde es mal machen. Ich werde den, dann werde ich den Mann schreiben. Genau, also für mich war das schon komisch, so, ja, okay, dann schreibe ich deinem Management. Also die Person hat 2500 Follower und, äh, da braucht man einen Manager. Also gut, sonst hätte ich ihn ja nicht angeschrieben. Alles gut. Heißt ja nicht. Naja, ich habe ihn geschrieben. Kann ja privat sein. Ja. Okay, 17. August, drei Tage später, nachdem ich den Management dann auch geschrieben habe und, äh, keine Antwort bekommen habe, ich so, schreibe du ihn doch mal, wenn du Bock hast, weil du, da antwortet keiner und du hast doch den Draht zu deinem Management, oder? So, 17. August, dann 18. August, mein Management wird sich bei dir melden. Hat er das geherzt? Ja, Mann. Ich habe die Nachricht geherzt, so einfach, ne, als Zeichen, ja, okay, alles klar, ähm. Weißt du, das Ding ist, ich kann dir jetzt schon sagen, das zieht sich wirklich bei jeder Nachricht raus, so. Ich meine, das Ding ist so offensichtlich bei der ersten Nachricht, hast du doch gecheckt, die hat keinen Bock. Also jeder normale Mensch hätte doch rausgehört, okay, die hat einfach keine Lust. Das ist doch jedem klar. Oder verarscht ihn. Ja, eins von beiden. Ja. Und Blazin Daniel checkt das aber auch nicht. In seiner Welt ist es wirklich legitim, er denkt wirklich so, okay, ich schreibe jetzt das Management ab und die klären den Rest. Und der nimmt das dann wirklich ernst und schreibt so, ja, kannst du nicht mal anschreiben, die antworten mir nicht. Das ist, Digga, der checkt das nicht. Wie oft kann dein Herz brechen? Ja. Wie oft. Gut, 19. August. Hey, ich habe mit meinem Management gesprochen, das Demo, was du mir geschickt hast, hört sich richtig schön an, aber leider ist es nicht möglich, weil ich und mein ganzes Team ein komplettes Album aufnehmen. Ende des Jahres muss es fertig sein, vielleicht nächstes Jahr, aber trotzdem danke. So, ich will gerne gucken, ob das Album rausgekommen ist. Ja, man, das war ja auch, stimmt. Kann das irgendeiner nehmen bei Nachforschen bitte? Check mal ab, bitte, ja, forscht mal nach, das Album muss anhanden. Ob es gechattet ist oder so. Und das ist jetzt so der Einstieg in das Thema. Aber was war darin jetzt unzuverlässig? Also sie hat gesagt, sie hat sich sogar bei dem, also hat sie zumindest geschrieben, dass sie sich bei dem Management gemeldet hat und dann hat das halt Nein gesagt. Also er hat wen angeschrieben, sie hat geantwortet, hat sich erklärt, hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen, hat er eine Abfuhr gekriegt, aber sie war unzuverlässig. Genau, ja. Sie ist einfach absolut unzuverlässig, wirklich. Also sie hat sich, er ist drei Tage später gemeldet. Wie kann sie einen Mann, wie blazen Daniel, drei Tage warten lassen. Das dreist wirklich. Wenn ich herausfinde, wer du bist, Digga, dann kommen zehn Disstracks. Ich will euch nur die verschiedenen Arten von Menschen zeigen, so was abgeht. Okay, die hat ein Management und will ein Album aufnehmen. Okay, ja, ich nehme auch ein Album auf. Mache ich seit dem 7. Juli jetzt und jetzt ist der 28.8. Und ich bin beim 21. Track. Das ist ja zwei Alben fast fertig. Das sind halt die unterschiedlichen Workflows. Das ist jemand, also ich weiß nicht, warum man Management braucht, ehrlich gesagt. Management ist einfach nur für Leute, die eigentlich inkompetent sind oder halt einfach. Warte, dass ich nicht ausreden. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was Management, vor allem für große Leute ja, dann kannst du deine Aufgaben abgeben. Okay. Aber so, Raffi. Noch mal Glück gehabt, Dinger hier. Usa. Usa. Was die Aufgabe von einem Management von 1000, 2000 Followern ist. Gut. Was sagst du dazu? Usa, dass er das wenigstens noch so revidiert hat. Weil ich dachte mir gerade so, Alter. Ich sag mal, wie du schon sagst, man weiß ja auch nicht, vielleicht ist sie relativ bekannt oder ist im Hintergrund krass aktiv und braucht deswegen Management. Oder schreibt einfach nur. Kann ja auch sein, dass sie nur ein Album schreibt, sie sagt ja nicht, dass sie selber rausbringt, oder hat sie das gesagt? Nee. Kann ja wie bei mir sein so. Und auch so dieses, Kapital, hatte ein Manager, Drilon, damals. Da war Kapital noch überhaupt nicht bekannt. So, damit der Künstler sich auf die Musik konzentrieren kann und das Management die Managementarbeit übernimmt. Und so ein Management kann ich ja auch hochpushen. Vielleicht wäre Blazin ja ein Star, wenn ein Manager... Blazin Daniel soll mal bitte zu Rap am Mittwoch gehen. Könntest du es klären, dass er da auftreten darf? Also auftreten, also battlen. Ja. Ja, safe. Safe. Blazin Daniel, wenn du dich traust, du bist doch so ein krasser Rapper, du kannst dir allein es vorschreiben einfach. Geh in ein BMCL gegen Lars, sehe ich ihn. Nee, Quatsch, gegen... Ich finde wen, der gegen ihn battlen will. Sinek. Sinek rappt nächsten Monat wieder, ne? Gegen Mikesh, ja. Ja, Mann. Boah, der wird so kassieren, oder? Ich weiß es nicht. Doch, also... Sinek immer, wenn man dachte so, okay, jetzt hier BongTeggy wird's machen oder bla, dann hat er immer... das Problem für Mikesh ist halt, dass Sinek jetzt so viel Angriffsfläche hat, das kannst du gar nicht nutzen vernünftig. Das ist so viel, das geht gar nicht. Das sind beides zwei schlaue Köpfe. Ich sag, das ist 50-50 offen. Ja, ich würde, ich würde aber auch halb auf jeden Fall. Aber ich mag Mikesh total gerne und Sinek auch gut. Das können wir auch machen. Ja, dann lass das machen. Also, dieses Feature kam also nicht zustande und sie hat eigentlich am 19. August... Ich hab am 14. August angefragt, also fünf Tage später, eigentlich genau das Gleiche gesagt, wie sie in der ersten Nachricht gesagt hat. Und zwar, da sagte sie... Hi! Wow, ich hab mir das durchgehört. Das ist echter Wahnsinn. Hört sich riecht schöner? Hast du das selber geschrieben und komponiert? Das ist echter Wahnsinn, wirklich. Also, es gefällt mir schon sehr. Aber... Nur, ich kann leider nichts sagen, sondern mein Management, du musst das leider mit meinem Management besprechen, weil ich und mein Management machen natürlich ein komplettes Album von mir. Natürlich. Na gut, von ihr doch. Von ihr ist das von ihr. Ihr seht, ich hab's gerade markiert. Also, das ist eigentlich genau die gleiche Aussage, die sie mir schon am 14. August gegeben hat. Ja, aber es ist doch klar. Also, sie sagt ja, sie muss das mit dem Management abklären, weil dieser Grund spricht dagegen. Und das Management hat's ja jetzt quasi nochmal bestätigt und hat gesagt, nein, das geht nicht, weil wir machen das Album. Ja, aber es spricht auf ihre Ehrlichkeit. Sie hat direkt gesagt, nein, das wird wahrscheinlich nichts, aber ich kann nachfragen. Das ist zuverlässig. Ja, eigentlich war sie wirklich zuverlässig. Das ist eigentlich ein positives Beispiel. Aber er dreht sich das so, wie er das braucht. Es ist unfassbar, wirklich. Okay. Aber, ja. Das ist also der erste Fall. Der Feature-Anfragen. Das ist jetzt quasi, das hat noch nichts mit Zuverlässigkeit zu tun. Außer halt mit dem Antworten. Das wäre wirklich schlimmer. Das hätte man alles viel beschleunigen können in meinen Augen. Aber alles cool. So, die nächste, die ich angeschrieben habe. Der wollte geklappt und macht ein Video, ja? Das ist die Luisa Skrabik. Geiler Typ einfach. Und die ist von, ähm, irgendwie bei Germany. Luisa Skrabik. Ähm, das ist die Luisa Skrabik. Er sagt den Namen, aber zensiert dann den Namen im Chat. Jeder kann doch... Wir wissen ja nicht genau, wie sie gestritten ist. Da gibt es zehn Arten, das zu schreiben, Digga. Keine Ahnung. Und die ist von, ähm, irgendwie bei Germany's... Oder The Voice oder so. Doch, kein Top-Modern. Irgendwann hat mir die empfohlen. Digga, die macht bei The Voice of Germany mit und Blazen Daniel denkt, dass die ein Feature mit ihr machen. Ja, aber Blazen ist einer von Knossi's Schützling. Stimmt, ja. Knossi hat mal da den zweiten Platz bei Dings gemacht. Das ist eigentlich genauso krass. Äh, ich hab das nicht geguckt gehabt. Aber, genau. Der hab ich schon am 9. August geschrieben, wie sie wirklich hat. Hey Luisa, ich bin Daniel und ich rappe. Ich suche gerade jemanden, der Lust hat, bei diesem Track die Hook zu singen. Hättest du Interesse, würde mich freuen. Das ist übrigens der gleiche Track, den ich der anderen Person geschickt habe. Und, ähm... Ja. Da kam dann nach fünf Tagen eine Antwort. Wahrscheinlich war es im Nachrichtenanfragenordner. Hey, leider kann ich es nicht öffnen. Liebe Grüße. Ähm, ich schicke dann, keine Ahnung, das war bestimmt ein paar Minuten später, einfach, ähm... Ja, hey, sorry, hier der Link. Und, dann hab ich, was hab ich gesagt? Ja, das wär mega, Luisa, wenn du Bock hättest, da mitzumachen. Das wär... Nice. Könnte ne geile, äh, Duett-Druck sein. Die Sprachnachricht ist so unangenehm irgendwie, weil die so gar keine Aussagekraft auch einfach hat. Ist wie so ein Kind, ja, 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 ich würd mich freuen, hey, komm, oh, nee, dann... Diese Sprachnachricht, der hat wirklich null Selbstbewusstsein in dieser Sprachnachricht. Das würde mich als Künstlerin, würde ich mir schon denken, so, da hab ich gar keinen Bock drauf. Genau, noch ein paar Worte. Aber der hat doch eine Freundin, ne? Und... Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber ja. Genau, dann geht's los. 14. August, äh... Peace an die Frau. Sie hat das dann gesehen und nicht geantwortet. Also, sie hat ja gesagt, hey, ich kann's leider nicht öffnen, liebe Grüße. Ich hab dann zwei Minuten später hier den Link geschickt und, ja, dann hätte sie's ja öffnen können. Kam nix. 14. August, Fragezeichen. 17. August, äh, muss man das verstehen, warum du liest, hörst und nicht antwortest? Ähm, 9.36, 12.36, ne Antwort tatsächlich. Nope, ich hab, wie du merkst, leider keine Zeit, sorry. Ähm, okay. Ich so, das ist ja die richtig feine Art, hey, leider kann ich es nicht öffnen, zu schreiben, dann schick ich dir was Neues und dann hast du keine Zeit mehr. Buller. Also, ne, ich, ich werd dann auch provokant, weil einfach zu zeigen, so, was ist mit dir? Provokant oder aggressiv? Ähm, ja, Digga, es ist, es ist so unangenehm. Weißt du, jeder normale Mensch, so, das ist ja einfach, also, ich weiß nicht, das ist halt so eine, so eine soziale Kompetenz, du merkst, okay, die hat einfach keinen Bock. Warum lässt du's nicht darauf beruhen? So dieses, also, er denkt, er, er denkt, er tritt nach und frontet sie damit, aber es ist ja nur peinlich für ihn. Es ist ja nur unangenehm, was er macht. Und er denkt aber auch in dem Moment so, ja, ich werd dann halt provokant, das ist ja einfach so, ne, hier war ich das nicht in Ordnung. Meinst du, meinst du, diepe Frage jetzt, wirklich, meinst du, er hatte schon mal wirklich einen Freund im Leben? Wirklich einen, wirklich einen Freund oder Freundin? Boah, ich glaube, die Leute, die mit ihm cool waren, außer wir, glaube ich, schon. Oh, ist ein anderes richtig Bartwürst. Naja, langsam kommst, Digga, soll ich sagen. Ich glaube, er hatte schon richtige Freunde, aber die macht er sich selber alle kaputt. Achso, also immer kurz, weil ich so, bei euch und bei uns, so weiß jeder, der bei uns im Kreis ist, ist immer gern gesehen. Ja, genau. Bei ihm ist so, er findet immer Leute, die ihn auch mögen und er macht's dann kaputt mit Disstracks und so. Achso, ja, mit Disstracks gegen Freunde, muss doch ne Freundschaft ausheißen, so ein kleiner Disstrack. es kommt dann. C-Krom, Tobi, Dankeschön. Bruder, morgen kommt auch 10 Minuten. Sorry, ich hab es auch noch nicht gehört, ist mir nur Samstag eingefallen, aber ich schaff's zeitlich nicht, dachte, ich krieg's hin, but no. Ich so, ja, das Leben als Star muss hart sein. Ja, guck, Digga, das triggert mich wirklich, das triggert mich inhaltlich wirklich, das ist so, das ganze Leben muss ich um Blazin' Daniel drehen, du musst Zeit für ein Blazin' Daniel Feature haben. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er geschrieben hat, ja, der Part ist doch schon fertig, sind doch nur 8 Seiten, stell dich noch mal kurz 3 Minuten in die Booth, was soll denn das? Länger braucht man doch nicht. Er hätte dabei noch sagen müssen, ich mache 72 Spotify Songs im Jahr, verdammt. Ich habe letztes Jahr 72 Songs gemacht und ich krieg's trotzdem hin, den Titel zu schreiben. Ey, Digga, wirklich, das, ey, das, das, und er, wie gesagt, er denkt, dass das ein normales Verhalten ist. Er zeigt das jetzt, weil er denkt, dass er damit alle zerstört. Das müsst ihr euch mal überlegen. Will, Aurus, ich seh's ganz genauso wie du. Lies das ruhig vor, damit die Leute, weil ich hab den Chat... Achso, oh man ist das unangenehm und unangenehm ist auch so ein, so ein treffendes Wort manchmal. Das ist auch so, wenn ein Leute abfacken und man möchte ja immer so seine Klasse bewahren, Beleidigungen sind nie gut und so und unangenehm ist einfach das Wort, was sehr viel beschreibt. Unangenehm. Äh, daraufhin, wurde ich... Puh. So. Ja. Das, das... Vor allem, ich mein, die Frage ist jetzt auch, was, was war daran jetzt auch unzuverlässig? Also, sie hat ja geantwortet. Sie hat einfach nur Nein gesagt. Bruder, das... Was ist daran denn un... Ich will jetzt nicht diese Wörter sagen, so, wenn einer nicht akzeptieren kann, dass der Frau Nein sagt, das sehen. Was macht euch das? So kann man sich jetzt einen Reim drauf machen, das ist auch übrigens lustig, wie wir jetzt einmal neun Zuschauer haben. Ja, ich weiß, äh, das ist... Wie viele Zuschauer? Der Stoff, der die Massen bewegt. Warte? Ich weiß, äh, das ist... ähm, also kann man sich jetzt einen Reim drauf machen, das ist auch übrigens lustig, wie wir jetzt einmal neun Zuschauer haben. Neun? Boah, Junge. Akkord. Ich weiß, äh, das ist... der Stoff, der die Massen bewegt. Jetzt wird's, ähm... Aber sein Chat ist explodiert. Ja, ja, es hat, glaube ich, seit zehn Minuten keiner reingeschrieben. Aber doch, jetzt sind zwei. Wenn es gab jemanden, jetzt... Jetzt sind sogar drei Leute waren es schon. Okay, wir müssen jetzt raten im Chat, was denkt ihr, wann wird die nächste Nachricht gepostet? Das ist die Uhrzeit, muss man auch dazu sagen. Also zwei Uhr fünf, oder ist die Streamzeit, weiß ich gar nicht. Egal, also um zwei fünfzig kam die letzte Nachricht, wann kommt die nächste? Ich sag drei, vier. Drei, vier. Ich sag, du kennst das Video aber nicht, ne? Ich weiß nicht, wann die Leute einen Chat geschrieben haben. Zwei, fünfzig. Wenn es, ähm, wenn du gewinnst, poste ich, äh, packe ich gleich per Paypal zehn Euro auf deinen Twitch. Wenn du verlierst, gibst du mir zehn Euro. Okay. Okay, ich sag zwei, fünfzig. Okay, ich sag drei, vier. Ist der, ähm, der dann geschrieben hat und der interessiert war. Ab drei gewinn ich. drei. So, eine weitere Person, ähm, was hab ich gesagt? Hi, Kiara, ich bin Daniel, ich bin Rapper. Nein! Ja! Eine Sängerin, die das auch so featuret. Und zwar hab ich auch schon was konkretes. Auch so kann man Geld finden. Ich hab grad unter dem Händchen singen geguckt und geguckt, wer denn aussieht als, ähm, hat er Ahnung von dem, was er macht. Achso, scheiße, ja, du siehst hier, also, ich wurde auch blockiert und man kann die Nachrichten jetzt nicht mehr sehen. Es waren, äh, Sprachnachrichten, ähm, so mit, hey, ich hab mir das angehört, klingt richtig schön und dies und das. Und dann hab ich geantwortet. Dann kam, genau, hab's dir geschickt, freu mich dann von dir zu hören. Also sie hat gesagt, äh, sie ist grad busy und kann grad nicht, aber sie hört sich dann an. Äh, also in zwei Tagen oder so kommt sie dann dazu, hat sie gesagt. Ich hab's dir geschickt, freu mich dann von dir zu hören. 15. August, 18.12. 17. August, ähm, hey, und hast du schon was machen können? Das ist unangenehm. Das ist unangenehm, dieses ewige Nachfragen, ne? Also ich weiß nicht, so nach zwei, so nach einer Woche, okay, aber er schreibt ja wirklich, wenn du siehst, 15. 17. 18. wirklich die ganze Zeit. Das sind genau die Leute, über die ich mich bei Instagram auch aufnehme. Du musst mehr, mehr Leon Lovelock gucken, wie man Frauen klar macht. Gelesen, keine Antwort. Einen Tag später, Fragezeichen. Ähm, wieder gelesen, ich so, warum antwortest du nicht? Jetzt könnt, findet ihr, findet ihr das penetrant, dass man dann, die Person fragt, äh, nach dem, nach der Zeit, die sie gesagt hat, wo sie sich ja eigentlich bei dir melden müsste, würde, dass man sie fragt. Ich würde sagen, eine Nachricht ist nicht penetrant. Okay, die erste hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, okay, kann er machen nach zwei Tagen. Aber dann noch fünf Nachrichten hinterher zu schreiben, so jeden Tag, natürlich ist es irgendwann penetrant. Aber ich hätte mich doch dann wenigstens irgendwie so, jetzt in seiner Welt so pseudomäßig groß gemacht, hey, sorry, aber das Projekt muss abgeschlossen werden, ich will nicht stören, aber dann gib eine Antwort oder lass es, dann nehmen wir weniger. Dann suchen wir uns, suchen wir noch ein bisschen, suchen wir uns wen anderes aus, aber so unangenehm. Und hier, einer hat gerade gesagt, ey, guckt, Kuchen, Twitch-Streams und Frauen kennenzulernen, das ist richtig, das ist gut so, macht das so. Schreibt uns. Warum sie nicht antwortet und hey, ich habe noch nett gefragt, hast du schon was machen können? Könnte ja mit mir antworten können, hey, sorry, nee, noch nicht, ich hatte, Sissy ist eine Attitude. Ausreden aufzählen, aber es kam halt gesehen und nicht geantwortet. Dann, warum antwortest du nicht? Hey, sorry, nein, leider nicht, es ist echt schrätzig bei mir die Woche, habe jetzt erst Feierabend und bin jetzt direkt auf einem Geburtstag. Das ist halt, das ist... Wartiger, nein, ich glaube, er sagt irgendwas zu dem Geburtstag. Wenn er das jetzt wirklich macht, ist es vorbei. Dann auch wieder so der Klassiker, den ich kenne, wollen wir uns am Wochenende treffen? Wollen wir, hast du am Wochenende Zeit? Hat sie geschrieben? Nein, nein. Nee. Achso, sie hat geschrieben, ich dachte gerade, Bruder, ich habe mehr zum Verkauf und dachte, das läuft ja bei ihm. Ich habe am Samstag um 10, von 10 bis 11 Maniküre. Ähm, okay. Professor Dr. Mautz, alle Frauen sollen ihn privat anschreiben. Ja, natürlich, Bruder, gönn dir. Aber es gibt ja noch einen Sonntag und die restliche Zeit zwischen 10 und 11 Uhr an dem Samstag plus Freitag, oder? Also diese Leute, die da nicht sagen, hey, nee, ich habe es leider noch nicht geschafft. Am Donnerstag könnte ich das machen. Dies und das. Einfach, ich habe jetzt Feierabend und bin auf dem Geburtstag. So, kein nichts, wann mache ich was oder dies und das. Also keine konkrete, Antwort. Digga, weißt du, ja, also erstmal, wie It's Me Too geschrieben hat, also erstmal haben sie offensichtlich keinen Bock auf dich und ich meine, als ob sie ihm jetzt den kompletten Ablauf ihres Wochenendes schreibt. Also das ist ja wahrscheinlich Freitag, wo sie geantwortet hat. Nee, ich habe jetzt Feierabend, bin jetzt auf dem Geburtstag und sein Argument ist ja, aber es gibt ja noch Samstag und Sonntag. Bro, nur weil sie dir nicht die ganze Aufschlüsselung ihres Wochenendes gibt, was sie macht, heißt es doch nicht, dass sie Zeit haben muss. Achso, das ist der Klassiker. Es gibt ja, Leute, Geburtstage, die gibt es nicht oft in mir. Nee, nee, das kann gar nicht sein. Ja, und vor allem Freizeit heißt ja auch nicht, das kommt auch dazu, Freizeit heißt ja nicht, dass man für alles und jede Zeit haben muss, sondern sie kann die Freizeit sich ja selbst eintragen und selbst ja, wenn sie da was anderes machen möchte, als für Blazin Daniel halt einen Hook aufzunehmen, dann ist es doch legitim. Was ist daran unzufordnissig? Also der Titel passt nicht mal und hat übrigens immer noch diesen Wikipedia-Eintrag auf und an der Seite, ne? Digga, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Es wird noch schlimmer, wirklich. Also darauf habe ich nichts geschrieben, erst mal, ne? Also 18. August. Ja, dann ist doch gut. Jetzt müssen wir gucken, wann der Sonntag war. Äh, 18. August und Sonntag, das war also 1, 2, 3, 4 Tage später. Also Sonntag, das hier war 4 Tage später, nachdem, ich habe es also quasi stehen lassen und dann einfach mal geguckt, ob sie sich da noch meldet. Warum? Weil sie mir gesagt hat, die macht es in 2 Tagen. Och. Das war ja dann hier schon um und ja, sie ist dann auf dem Geburtstag, 4 Tage lang, scheinbar, und dann habe ich geschrieben, deine Zuverlässigkeit ist wirklich grauenhaft. So, einfach plump, wie es ist und dann hat sie es gelesen, ist geantwortet. Also, und dann habe ich das geschrieben, was ich jetzt auch sagen würde. Geil. Und da sieht jemand nicht die Notwendigkeit, sich dazu zu rechtfertigen, was sowieso nur dämliche Ausreden gewesen wären. Mann, Mann, was für Menschen. Weißt du, das Ding ist, sie weiß aber auch ganz genau, dass wenn sie normal sagen würde, nee, tut mir leid, ich will nicht mit dir zusammenarbeiten, dass halt ein ganzes Album gegen sie gedroppt wird, ne? Da ist natürlich das Ignorieren besser. Hat er sie gedisst? Nein, aber kann ich mir vorstellen. Ey, Bruder, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Er hat den Jungen noch nie gesehen und der hat mich auf seinem eigenen Album erwischt. Ich glaube, dieses Album gibt es auch gar nicht mehr, ne, habe ich gesehen. Gegen uns? Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ja, weil er die Sprachmemos von Caches runternehmen musste. Echt? Ach so. Ich habe ihm gesagt, sonst kriegt er ein Anwaltsschreiben. Also, er kann uns dissen, alles gut, aber er soll doch nicht unsere Stimmen auf seinem Album. Bruder, ich habe auch noch einen Ruf zu verlieren. Übrigens, ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen spät, weil das Video geht schon 30 Minuten. Ich hoffe, dass es noch ein paar Leute gucken. Wenn ihr noch das alte Blazin' Daniel Video habt, was er gegen mich gemacht hat damals, worauf wir beide schon reagiert haben, schickt mir das mal bitte. Also, ladet das bei YouTube nicht gelistet hoch und schickt mir den Link, dass ich das runterladen kann, weil ich wollte dazu noch ein ganzes Video über Blazin' Daniel machen, aber ich habe es halt leider aus Versehen gelöscht gehabt. Und, falls auch jemand die Tracks hat, die er gegen uns gemacht hat, dann schickt die uns auch mal bitte. Die würde ich auch gerne in das Video reinpacken. Ich finde, wurde ich blockiert. Also, ihr merkt die, ihr merkt das Muster. Leute sagen, dann mache ich, dann habe ich Zeit, dann mache ich das. Dann ist der Tag, dann machen sie es nicht. Dann schreibst du einen Tag später, hey, wie sieht es denn aus? Dann kommt irgendeine Ausrede oder halt irgendwie eine Sachlage. Ich bin auf dem Geburtstag und deswegen kann ich halt nie wieder was aufnehmen. Und auch vier Tage später hat sich diese Person nicht von sich selbst gemeldet oder irgendwas gesagt, obwohl sie am Anfang hier in diesen Nachrichten, die du nicht mehr hören kannst, gesagt hat, ey, das ist total schön und bla bla bla, ich bin dabei. Ja, also, erkennt selber nicht das Muster, dass keiner Bock hat. Nein, er checkt das einfach nicht. Ja, Digga, vor allem nach diesem ganzen Follspel, selbst wenn ich Bock gehabt hätte, hätte ich dann keinen Bock mehr gehabt. Sein Herz ist wieder gebrochen. Was ist das? Wie Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit gegen Begriff Unzuverlässigkeit bezeichnet. Allgemein die Verlässlichkeit von Personen, Apparaten und Wertstoffen, denen man trauen kann. Als Haltung gilt sie als charakterliche Tugend. Naja, whatever, was soll ich eigentlich sagen? Ihr wisst ja, was Zuverlässigkeit ist. Jetzt kommt das mal Wikipedia. Bist du GuchenTV, Digga? Ich hab nicht nur das Gefühl, ich hab die Belege, dass ganz viele Menschen ein Problem mit Zuverlässigkeit haben. Also, ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt oder oder an generellem schlechtem Zeitmanagement, aber so, wenn wenn ich was sage, ähm, yo, lass uns, heute ist der 28. Abte, lass uns am 2.10. um 13 Uhr am Brunnen in der Stadt treffen. Wenn wir das jetzt ausmachen, dann müssen wir davor nicht einmal noch reden, sondern ich bin dann an diesem Punkt, an diesem Tag da. Also, ich finde, sowas ist aber, das ist gar nicht so falsch, was er sagt, so von wegen, ey, wenn wir uns da verabreden, der Kuchen ist nämlich immer umpünktlich, immer, außer heute ging's, ne? Heute ging's ja. Ja, heute ging's. Das finde ich auch, so Pünktlichkeit ist schon eine Tugend so, das sollte man machen, aber das ist ja ein Unterschied, ob du Leute, die dir in deinem Leben wichtig sind, ob du dich mit denen triffst oder random irgendwelche fremden Leute anschreibst und es darum geht, so antworten, die dir wirklich nach Timer genau in zwei Tagen oder nicht. Digga, sowas vergisst man doch. Auch, sorry, mir schreiben auch Leute so, ich vergiss das dann einfach. Ich sag auch so, sorry, ich bin verpeilt. Ja, vor allem, wenn du die Leute halt nicht kennst, mal einige Leute, was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass die vielleicht sie reingehört haben und, weiß nicht, vielleicht haben die eine Geschmacksverirrung und fanden es tatsächlich gar nicht so schlecht, haben sich dann aber über Blazin Daniel informiert. Ich weiß es nicht, wir machen einfach mal den Test, warte ich mal mal ganz kurz die Bildschirm aus, wir gehen einfach, ich würde, mich würde wirklich interessieren, was passiert eigentlich, wenn man Blazin Daniel eingibt, was kommt denn da eigentlich als erstes? Ich weiß es nicht, vielleicht, sie müssten ja unsere, oder der Typ ist ein Klick. Okay, gut, sein Kanal wurde gehackt, aber danach halt direkt meins, dann irgendwie Montana Blick, dann nochmal meins, also ich meine, guck mal, du gibst Blazin Daniel ein, und das erste ist, Blazin Daniels lächerliches Zerstörungsvideo gegen KuchenTV und das dritte ist, der lächerlichste Keg im Internet mit Blazin Daniel im Thumbnail. Also ich weiß nicht, wenn du das halt einmal so wirst, stell dir mal vor, der schickt so eine Dings, so seinen Song raus und die sagt dann so mit ihrer süßen Stimme, hey, voll schöner Text, bist du nicht der lächerlichste Keg? Wie geil! Wie geil, Mann! Der KuchenTV fand ich doch zerstört. Digga, die Reaction hat mehr Klicks als das Video, was ist das denn? Ja, Bruder, ich bin Klickmagnet hier, nein, Spaß. Blazin, Blazin Boy, aber jetzt mal ohne Witz, wir haben wirklich, wirklich, also im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt schon, wie lange ist das on? Eineinhalb Jahre. Ja, da haben mir echt viele geschrieben, dass das sau viele Leute zum Einschlafen gucken und so, und ich hab mich am Anfang, ich hab das auch immer mal geguckt, und das ist einfach chillig, so man kann so ganz entspannt so durchflogen. Das ist halt einfach lustig, weil Blazin halt auch dumm ist, und es ist halt lustig, einfach sich das zu geben, halt nebenbei noch mit Kommentatoren. So, wir müssen nicht, hey, kommst du nachher, kommst du morgen, weil das wäre die gleiche Situation mit Menschen, wenn du jetzt, wollen wir uns morgen um 17 Uhr treffen, wahrscheinlich, würde ich morgen um 10 Uhr nochmal nachfragen, oder, oder kurz davor, hey, nachher steht doch noch, oder? nee, sorry, ich hab hier dies und das und bla bla bla, also, der Zeitgeist ist so, dass du dich nicht mal 24 Stunden auf ein Board verlassen kannst, also, so geht es mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, jetzt würden natürlich irgendwelche IQ-losen Menschen oder dummen Menschen sagen, die haben einfach keinen Bock auf einen Song mit dir, ja, aber das habe ich ja schon extra ausgeräumt, da ich, da ich die Beispiele nehme, natürlich von den Leuten, die, die antworten und die dann auch begeistert sind, das sind Leute, die mich nicht kennen und die völlig, ohne, also, mit weißer Weste an einen herangehen und einfach nur das bewerten, was sie gerade hören. was für ausgeräumt, ja, Digga, Menschen können ja auch nicht üben, Digga, es ist doch klar, jetzt mal ernsthaft, das ist ja bei vielen einfach so gut, das könnte man menschlich vielleicht kritisieren, aber das sind halt, Leute wollen halt nett sein, so, die finden deinen Track vielleicht kacker, aber sagen so, ey, das ist wirklich gut, nice, aber ey, ich habe leider keine Zeit. Das hat auch da nichts mit Zuverlässigkeit zu tun, also, nur weil sie schreiben, dass sie Lust drauf haben oder dass sie deine Tracks gut finden, ist das ja nicht wirklich der Fall und ich meine, offensichtlich, wenn sie nicht antworten, haben sie ja auch keinen Bock auf dich. Der MC Salem rastet auch komplett aus, was für aufgeregt, ich fühle dich, ich kann es voll verstehen, so, aber, For real, wie alt ist der? Boah, ich glaube, der ist so 32 oder so, der ist schon älter auf jeden Fall und wozu sie zu einem Feature gefragt werden. So, genau, also, das war Person Nummer 3, jetzt gucke ich noch mal hier rein, Rage Stufe 5, also, hier ist das Management übrigens, ähm, oh, danke schön, Herr Slambow, für die 500 Bits. Moment. Du kannst mir jetzt, ohne Witz, ich hatte der Mandy eine Feature-Auftrage gestellt und na gut, du müsstest halt also hier auf den, warte, ich habe das noch nie gesehen, ich habe bei Marvin das einmal aus Glück hinbekommen, aber na gut, du gehst halt auf das Video und dann, ja, zum Beispiel abonnieren, da kannst du halt, äh, kannst du halt quasi Geld geben. Aber wie, wie kann man, wenn ich dir jetzt 10 Euro spenden will, wie mache ich das? Ähm, warte, du musst irgendwie, guck, du weißt es auch nicht genau. Auf dem Handy nicht, nee, warte, du musst irgendwie, ja, okay, komm, ich will auch nicht die Reaction jetzt auf den, guck mal wieder nach. Die fand das auch richtig toll, sie meinte, ich sollte euch fragen. Ah, warte hier, neue Dings, neue Dings, neue Dings, neue Dings, okay, da kommen wir mal. Sie meinte, okay, warte, also, hier ist das Management übrigens. Ah, das Management von der ersten nicht gesagt. Moment. Ja, jetzt sogar offizielle, offizielle Leute nehmen. Feature-Anfrage gestellt und die fand das auch richtig toll. Sie meinte, ich sollte euch fragen. Deswegen, und, ähm, ja, ich schicke euch mal das bei, wo ich mir sie in der Hook mit vorstelle. Text ist auch geschrieben und, ja, hört es euch gerne mal an und gebt mir Bescheid. Liebe Grüße, Daniel. Es ist auch so clever, ein Management per Sprach-Memo anzuschreiben. Digga, schreib eine E-Mail oder sonst irgendwas und drück dich, artikulier dich doch ein bisschen. Ich hasse generell Sprachnachrichten, es ist einfach nur nervig. Du ermahnst mich ja schon immer, dass ich nicht so viele Memos machen soll. Ich brauche mich in letzter Zeit auch immer dran zu halten. Ja, ich meine, guck mal, es gibt, bei iPhone gibt es einfach hier die Möglichkeit, hier, hallo, das ist deine Sprachnachricht, ich kann das einfach in den Text umwandeln. Guck mal, der erkennt das genau so, es ist doch super. Aber das ist ja auch eine Feature-Anfrage, jetzt klar, das ist keine große Künstlerin, aber habt auch ein bisschen Respekt. Eben, du bist nämlich der Unzuverlässige. Ja, Mann. Keine Antwort. Ein Management, das nicht auf, also, ist es wirklich so, dass, ja, ich habe da plus neun Anfragen stehen und ich gucke da niemals rein oder, nein, du hast aber noch neun Leute im Chat. Übrigens, ist Blazin richtig gegen dich. Guck mal, seit 2,54, seit ich die 10 Euro von dir gewonnen habe, bekam, gar nichts mehr. Jetzt hätte ich gewonnen. Danke, der wahre H1. Du schuldest mir diese 10 Euro, ist mir egal. Also, und ich antworte auch auf alles eigentlich, also auf alles, was jetzt nicht mit Trollen zu tun hat. Ja, Digga, aber guck mal, das ist wieder so, er bezieht halt wieder von sich auf andere Menschen. So, ja, okay, du antwortest halt auf alles. So, das Management hat sich vielleicht angehört oder hat mit der auch vorher geredet so und die haben schon gesagt, ja, weiß er nicht, wird halt nichts, fühlen wir halt nicht. So, ja, okay, dann antworten die halt nicht, weil die damit keine Zeit verschwenden wollen. Ich antworte auch voll viel nicht, wo es liest, die mir schreiben, auch wo ich es gelesen habe. und okay, du machst es halt. Digga, du kriegst wahrscheinlich auch zwei Nachrichten am Tag. Okay, das Management ist jetzt wahrscheinlich auch nicht viel mehr, aber wenn die nicht antworten, die antworten die halt nicht. Also, ja, kein Plan. So, jetzt auch mal ein positives Beispiel. Hier habe ich den Marc, Marc, Marc hier leer angeschrieben. Hey Marc, ich finde deine Stimme richtig gut und wollte dich fragen, ob du Lust auf ein Feature hättest. Ich kenne keinen mehr. Hey Daniel, ich kenne dich schon seit German Inc. Zeiten, zu denen ich noch Play M hieß und hohen Respekt dafür, dass du bis heute durchgezogen hast. Leider fehlt mir aktuell Zeit für Features, aber vielleicht trifft man mal in Zukunft aufeinander. Ganz liebe Grüße, M. Ich so, hey Digga, ach du bist das krass. Ich wusste nämlich gar nicht, dass das jemand ist, den ich kenne. Der hat eine sehr geile Stimme. Schade, Mann, bin ich der einzige Mensch, der unendlich Zeit hat. Und ja, liebe Grüße. Der arbeitet nicht, ne? Ne. Das ist aber auch eigentlich unzufall. Ich verinnahnte ihn jetzt als positives Beispiel, aber der Pläsentier hat ja eine Frage gestellt am Ende und hat ja nicht drauf geantwortet. Er hat das nur geherzt. Also das ist doch auch unzufall. Das ist aber wieder okay. Doppelmoral. Ja, Doppelmoral. So, weißt du, guck mal, so das Ding ist, einmal eine Doppelmoral in den Chat. Ja, das, was der Typ geschrieben hat, das haben die anderen halt auch so durch die Blume ihm gesagt. Und so ist es halt okay, okay, wenn du halt möchtest, dass die Leute direkt mit dir umgehen, so, okay, dann ist es halt so, aber Menschen machen das halt nicht, weil die wollen ja auch keinen Stress, wenn du halt jetzt jedes Mal irgendwie so sagst, ja, sorry, ich feiere deine Musik nicht oder so. Gerade bei Blaise, also gut, so, genau, weil es wirkt so, als wäre jeder Mensch von morgens bis abends beschäftigt und, aber hier, das war cool, das war höfliche Absage mit klaren Fakten. Es ist halt was anderes, wenn du sagst, ja, ich bin dabei, dies und das und dann halt nichts machst. So, helft mir gerne auf die Sprünge, wie ich es besser machen kann. Ich glaube, ihr könnt mir ja gar nicht helfen, weil es ja, es geht ja darum, dass die anderen nicht das machen, was sie sagen. Also mehrfach. Jetzt kommen erstmal noch hier die anderen beiden. Genau, ich habe eine angeschrieben, die habe ich auch bei Singen entdeckt. Ja, das ist eine, Singen? Eine junge Frau, junges Mädchen, junge Frau, keine Ahnung. Und der habe ich auch gesagt, hey, du singst total schön und die singt auch wirklich mega schön. Und nachher, die hat xx im Namen, also, gegeben. Hi. Und hier geht es einfach darum, also es gibt keine Antwort. Nein, es gibt einfach keine Antwort. Auch nach Tagen, nicht 17. 18. August. bruh. Und gestern, nee, nicht bruh. Alter, gestern war, ach du Scheiße. Gestern war 27. August. Also, elf Tage später. Also, das ist dann jemand, der da nicht in die, nicht in die Nachrichtenanfragen guckt, ne? Und da können wir jetzt auch mal drüber diskutieren. Also, sieht man das nicht? Oder möchte man da einfach, oh, schon wieder eine Feature-Anfrage? Oh Gott, da werde ich nicht drauf reagieren. Ähm, ich habe hier aber auch... Sorry, ich will nicht immer anhalten, weil das Video geht Stunden, ich weiß, das ist scheiße und so, ist gut. ähm, beschissen, mein Scheiß ist ein Substantiv. Ähm, Kaffee und Kuchen mit ihm, ich will, dass er, und ich will dabei sein. Wie gesagt, wenn der hierher kommt, ne, der ist herzlich willkommen, ich gebe den Essen, trinken, alles so, der ist wirklich herzlich willkommen. Ja, safe. Und ich will den nur verstehen. So, ich will ihn einfach nur verstehen. Ja, ich auch. So, ich meine, guck mal, vor allem, ich meine, so die hat er nicht geantwortet, also ich meine, entweder hat sie keinen Bock, oder sie hat es halt nicht gelesen, so, Digga, es liest nicht jeder seine Instagram-Nachrichten. Selbst wenn das jetzt irgendeine Künstlerin mit 10 Likes ist, sie ist doch nicht gezwungen, in die Nachrichten-Anfragen zu gucken. Du weißt doch gar nicht, warum sie Instagram nutzt. So, sie hat da vielleicht einfach ihre paar Leute, mit denen die da connected ist, und sonst interessiert die das gar nicht. Also, er kennt doch die Menschen dahinter nicht, aber beschwert sich trotzdem. Auch bei YouTube einen Kommentar gemacht, wo ich gesagt habe, hey, bei Instagram antwortest du, hast du, vielleicht ist die Nacht übergegangen, dein Dings, deswegen hier nochmal, weil sie da auch nicht viele Abonnenten hat, und, ja, aber auch keine, keinerlei Verkaufsion. Ja, das ist jetzt einfach dahingestellt, warum er nicht antwortet. Das gleiche habe ich noch bei jemand anderem gemacht, bei einer anderen, genau. Ah, genau, hier, Sophie Flory. Sophie Flory, die muss man auf einmal dann doch nicht zensieren. Achso, gut, die gute. Hey Sophie, ich habe deine Stimme gehört, und finde sie, mega, hättest du Bock auf ein Feature, 13. August. Und habe dann einen Link mitgeschickt, ne, als Referenz natürlich, und dann habe ich einfach auf die Story reagiert. Ich finde diese Idee, die Remix so, wo alle die eher angefragt hat, dass die bei uns mit drauf, ich finde das so gut, ne? Sehr schön. Jetzt also, in meinem kranken Hirn geht das gerade so, oh, wäre das cool. Wo sie was gesungen hat, richtig gut. Dann habe ich ein Fragezeichen geschickt, 18 Stunden später. Und der schickt 18 Stunden später ein Fragezeichen. Ja, ist so, gib doch 19 Stunden. Ja, gib doch mal ein bisschen Zeit. Dann habe ich noch mal ein Fragezeichen gestern, also zwei Wochen später. Geht das so, wenn ich das war? Ja, ja, das ist gut. Auch keine Antwort. Ja, also, hey, es haben Leute reingeschrieben, 3 auf 4. Nein, 3 auf 4, das war sogar richtig. Geil, man. Woran liegt's? Woran liegt's? Es ist, danke, Blizzy. Ich weiß es nicht. Also, es ist wirklich schwer, Features zu finden, muss ich sagen. Und wenn, aber es gibt auch, ne, ich hab zwei Dingerinnen gefunden, aber ich hab jetzt schon ein schönes Steak, ne, durch das Video. Also, ich sitze irgendwie hier und lache ein bisschen mit dir. Schöne Steak, ein Zehner. gemacht habe, die Beispiele, die werden auf meinem Album auch vertreten sein. Das ist richtig schön und super gelaufen. Ähm, ich geh jetzt halt so hier auf die, auf die Dinger ein, die, ja, halt. Was? Die Zahl hier fließt immer, obwohl es viel mehr ist. Ja, die mir komisch erscheinen. Ich, ich weiß, ich weiß, wenn ich dazu sagen, so wirklich, er beschwert sich halt darüber, dass irgendwelche Leute auch, einfach nicht antworten. So, Digga, und dann spamt er die auch fünfmal zu, als ob die nach dem fünften Mal, dann sagen ja. Also ich meine offensichtlich nein. Und offensichtlich sind die genervt irgendwann. Ich stelle die Frage, die jeder wissen, wird es noch cringeiger? Ich glaube, es gibt noch ein so ein richtig hartes Beispiel, glaube ich. Okay, okay. Genau, und diese Sophie Florie hat auch eine Freundin und der habe ich auch gestiegen, die sieht auch. Oh, hey, Memo. Das ist von gestern. Äh, gab es auch keine Antwort. Stimmt, das hier ist das Highlight. Das hat er leider zensiert, aber das ist Schlimmdinger. wenn du da hinkommst, das wird schlimm. Da gab es richtig Beef. Leute, wir müssen da zusammen durch. Denkt daran. Woran liegt es, dass Menschen nicht antworten? Ich, ich weiß nicht, ist das, ist das normal? Ist das okay? Ja. Weil jeder kann natürlich... Blasey antwortet ja auch irgendwann nicht und macht Disstracks gegen seine Leute. Also. So, warum antwortest du mir nicht? Ich habe dich gefragt. Och, was ist los? Entscheiden. Das ist auch blockiert. Wie man antwortet oder nicht, aber wenn jemand höflich fragt und dir dann sagt, ey, du singst super und das sind auch jetzt alles keine bekannten Personen, müsst ihr wissen. Ja dann. Ich werde dir dazu gezwungen. Weil du, weil du die nicht wertschätzt, wollen die nicht mit dir arbeiten. Ja. Ja, weißt du, ach man, so. Man redet nicht mit Freien. Ein, äh, Buchholter. So ist es. So, und ich meine, guck mal, das Ding ist so, die antworten ihm halt nicht. Ich meine, offensichtlich haben die halt einfach keine Lust darauf. Also, selbst wenn du nicht bekannt bist, musst du ja nicht auf jeden antworten. Und auch wenn dir jemand nett schreibt, hast du ja das Recht, ihn zu ignorieren. Aber in Blazend Daniels Welt muss man ihm antworten. Narzisst. Das verstehe ich halt. Ja, es ist wirklich einfach so. Es ist so schlimm, wirklich. dass das nicht in seinen Kopf geht. So ist es halt vollkommen normal. Das ist, das ist ja auch nicht nur so, dass es Blazen betrifft. Das betrifft ja jeden. So. Ey, ich will nichts anderes lesen. Ich will das einmal auf der Seite sehen. Ein Narzisst in den Chat. Ich weiß, bei mehreren Abonnenten brauchst du es gar nicht versuchen. Aber ich glaube, es ist schon, schon wenn es hübsche Mädchen sind, ähm, da wirkt jede Anfrage irgendwie, nicht ABK. Weiß ich nicht, als würdest du irgendwas von der wollen oder so. Ah, jetzt los. Also ich, das ist jetzt, was ich interpretiere, was ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten fällt mir kein plausibler Grund ein, warum Menschen, die ja auch nicht, also für mich absolut irrelevant, aber auch die nicht viele Follower haben, nicht auf solche Fragen an. Ich meine, du kannst doch auch Nein sagen. Du hast doch selber nicht. Wie der Mark das gesagt hat, der hat ja auch Nein gesagt. Hey, sorry, ich schaffe das leider nicht und dies und das. Oder auch wenn du reinhören würdest, hey, das gefällt mir leider nicht so, wäre ich leider raus. ist ja auch völlig in Ordnung alles. Jetzt Mewtwo, ich sehe es genauso. Aber das ist einfach nicht antworten. Oder so zu tun, als würde ich die Nachricht nicht erreichen und ich gehe eigentlich hundertprozentig davon aus, dass die Nachrichten trotzdem gesehen wurden. Stell dir mal vor, er wäre mit ABK cool und die ABK wäre auf seiner Seite. Er würde damit einfach, er würde die Welt erobern. Ich glaube nicht mal, wenn ABK ihn feiern würde, würden die Leute ihn feiern. Meinst du selbst dann, ey? Ich glaube, selbst dann würden die Leute mitkriegen, was das für einer ist. ABK, Arby, Wollah, mach man nicht so. Eigentlich wäre es lustig, wenn der einmal Reichweite hat, ich glaube, der würde zum neuen Drachenlord werden, Realtalk, hundertprozentig. Ich weiß, der hat ja auch mal bei Knossis Talent schon mitgemacht und wurde danach gehostet und dann hat er so 10.000 Zuschauer kurz gehabt und wusste nicht, was er machen sollte und hat sich seine eigenen Tracks angehört im Stream. Dass du einmal so einen Push und hörst deine eigenen Tracks. Hat er nicht auch so ein Konzert gespielt? Wir dachten die ganze Zeit, das wäre der Soundcheck gewesen, weil keiner da war. Das war das Konzert. Ja, so drei Leute oder so. Geil, Mann. Herrlich. Ja, also ich meine, an sich kann ich natürlich verstehen, dass du sagst, ja, okay, dann sag halt einfach nein. Aber, also, ich weiß nicht, das Ding ist so, du, also Menschen sind ja einfach soziale Wesen. Du willst ja einfach trotzdem halt noch nett bleiben. So jemandem zu sagen, ey, ich finde deine Musik kacke, es ist halt einfach so unfreundlich und es gibt halt viele Leute, die mögen das halt nicht so, so negative Vibes einfach zu verbreiten. Und wenn du halt schreibst, ey, geil, dass du das selber machst, ich muss mein Management fragen, so durch die Blume checkt ja jeder normale Mensch, das ist ein Nein. Das ist ein nett rübergebrachtes Nein. Und er checkt das nicht und regt sich dann darüber auf, weil er einfach diese Kompetenz nicht hat. Und das triggert einen halt so krass, weil er jetzt denkt, er macht damit voll das krasse Video. Und wie auch einer reingeschrieben hat, so, warum sollte man ein Feature mit Blazin machen? Nicht nur, dass der Typ unfassbar cringe schon aufdringlich ist, aber man muss doch auch bei jeder Sache, die ihm passiert, Angst haben davor, dass er einen Diss oder anders fertig macht. Ja, es ist einfach so. Er hat, glaube ich, wieder zu irgendeiner Freundin, das ist so eine kleine Story, die ich euch erzähle, er hat einen Diss-Track gemacht, ich sage dir den Grund, du wirst es lustig finden. Er hat einen Kollegen gehabt, Blazin Daniel wollte seine Drohne verkaufen. Und so ein Kollege von ihm hat irgendwie im Dezember gesagt, ja, okay, ich würde die nehmen, aber ich habe gerade das Geld nicht so. Ich kann dir das halt im Januar oder Februar geben. Und dann hat Blazin Daniel die Drohne halt erstmal behalten und hat die halt nicht weiterverkauft und hat die für den zurückgehalten. Und der Typ hat sich dann allerdings halt im Februar dazu entschieden, halt eine PS5 zu kaufen, weil er eine günstig bekommen hat. Und dann konnte er sich die Drohne halt nicht mehr leisten. Geiler Typ. Und aus dem Grund hat Blazin Daniel wirklich einen Diss-Track zu dem gemacht und meint halt so, ja, du bist halt nicht zuverlässig, Digga, guck mal, du hast mich hier verarscht zwei Monate lang, was soll das? Wirklich jetzt? Ja, wirklich. So, als wenn die einen Vertrag gehabt hätten und dein Leben hängt davon ab. Übrigens, wahrscheinlich interessiert es dir nicht viel, aber ich muss trotzdem kurz erzählen, weil es mir in den Kopf kommt. Ich war letztens auf einem Videodreh, Kollege Asche Sayed, und wir waren in so einer Halle und so eine Drohne ist dann rumgeflogen. Boah, Digga, hast du ein neues Feature angesagt, oder was? Scheiß, ich hab geleakt, ne? Ja, ey, geil. Digga, auf jeden Fall ist so eine Drohne rumgeflogen, das kommt ja noch nicht online, ne? In der Halle und die Drohne ist, also du weißt, wie schnell diese Drohnen sind, ist Sayed einfach gegen den Hinterkopf geflogen und er hatte so einen übelsten Cut am Hinterkopf, so blutet wie sonst was, und er musste Drehabgebrochen, Alter, das war hart, weil ich sag schon so, ey, wie nah fliegst du eigentlich vorbei? Nee, nee, ich kann das, ich bin Profi, aber hier ist, nee, du siehst doch gar nicht, nee, nee, ich bin Profi, und batzvoll, kann er gegen Sayeds Hinterkopf weiter. So heftig gewesen. Sorry, so für off-topic. Ja. Ja, schick das an Mr. Rep und dann sind wir im Video von ihm. Ja. Boah, meine Stimme. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ist mir auch aufgefallen. sowas kann ich absolut null nachvollziehen. Was hat der für ein T-Shirt an? Ich würde schon gerne sagen, aber ich kann nicht so voll ist er. Stinken, äh, singen, diesen Rappen. Ja. Richtig. Singen ist auch... Aber ich meine, du hast ja Kontakt zu den drei Rappern auch, meinst du es wäre mal möglich, ein Feature mit Blaise und Daniel zu klären? Kollegah featuring Blaise und Daniel? Kollegah, du müsstest ihm, also Geld ist ihm eh egal, aber du müsstest ihm wahrscheinlich mehrere, eine hohe Summe bezahlen, damit er überhaupt auf ihn spuckt. So, das wäre schön so. Ich glaube, wenn ich so richtig erfolgreicher Rapper wäre, ich wäre glaube ich auch so ironisch, dass ich mal mit so einem Feature machen würde. Einfach so aus Jux. Das wäre lustig. Das wäre auch eine Historie bei euch. Wow, Boxkampf würdest du machen? Gegen ihn safe. Das wäre aber ohne Scheiß, das wäre, ich glaube nicht, dass er so viel, weil du bist ja gar nicht Krampf auf ihn, ne? Überhaupt nicht. Er auch nicht. So, ja, aber deswegen wäre das cool, glaube ich. Ja, ich bin dabei, gerne. Wenn du Bock hast, dann können wir beim nächsten Box-Event vielleicht boxen, das wäre lustig. Wenn ich da kassiere, kann ich mich aber löschen, da müsste ich wirklich trainieren. Okay, scheiße, aber ich glaube, er hat so viel Wut, ganz ehrlich, wenn ich er wäre, ich hätte so viel Wut gegen dich im Bauch. Ich glaube, ich müsste halt lachen im Ring. Ich würde, wie viel wiegst du? 80. 70, so. Und ich sage, ich würde sofort gegen dich in den Ring gehen. Ja, du bist ja auch erfahren und so. Wer weiß, vielleicht labere ich ja noch. Nein, nein, du bist schwarz. Du laberst dich. Es ist schwieriger als rappen, meiner Meinung nach. Deswegen liebe ich auch diese Fusion zwischen Gogeta, zwischen Gesangsstimme und Rap. Und Rap, genau. So, das bis hierhin und jetzt kommen wir zum Finale. Ganz, ganz wichtig hier. Wer sagt das? Irgendwie Feed Even oder so, bla bla bla, 420. 1 gegen 1 gegen Fat Comedy, macht Kuchen auf jeden Fall, wenn er auf die 78 bis 80 Kilo kommt. Das ist ja, wenn er auf mein Gewicht kommt, oder ich hoch, warum nicht? Nein, nicht hoch, er muss runterkommen. Ich trainiere halt an. Einfach, selbst wenn du verlierst, dann hast du einem geholfen, der Adipositas hat, gesund zu werden. Wenn ich gegen Fat Comedy boxe, dann möchte ich, dass Oliver Pocher vor der ersten Runde vor mir im Ring steht und ich so mit ihm so boxen kann. also Bruder, ich rechte dich jetzt. Und zwar zu meinem, ähm, zu einem Kollegen, ne, also erst mal möchte ich sagen, keinstellerweise, geht es darum, irgendjemanden zu, den, also ich möchte ihn nicht schlecht machen. Denunzieren, heißt das Wort, Bruder. Ich hinterfrage nur, ich hinterfrage nur. Hinterfrage nur, und liegt einfach mal alles. Und es geht um meinen Kollegen, der ein wirklich sehr, sehr guter Sänger ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt so die krasseste Story. Die geht, glaube ich, auch länger. Und 2014, das letzte Feature und das war auch cool und zwischendrin habe ich auch Props bekommen, kann mich noch erinnern, zu Ground Zero. Ähm, auch in Beef-Zeiten so, das fand ich stark, ähm, weil, wir wissen ja alle, wenn man sich zu Blazing Daniel positioniert oder irgendwas Nettes sagt, das kann natürlich ein ganz schlechtes Licht abwerfen, und dann wird es natürlich von zehn Troll-Kommentaren sofort tot gehadet. Ähm, ja, weil wie kann man denn mit mir ein Feature machen? Ich kann doch, ich bin so ein schlechter Rapper, ja, 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 schlechte Reime und trotz dessen werde ich verfolgen. Digga, ich fühle mich viel auf dem Trap-Song, das ganz toll ist. ja, 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 ja. Okay. Es ist ja auch genau das so, das Ding ist, selbst wenn man Blazing Daniels Musik gut findet, mal hingestellt, dass das irgendwie möglich ist, kannst du dir als Rapper eigentlich nicht erlauben, Feature mit dem zu machen, weil erst mal, wie halt auch schon einer reingeschrieben hat, du musst immer Angst haben, dass Blazing Daniel ein Diss-Track gegen dich macht, was jetzt keine Wirkung hat, aber es ist nervig, sowas zu haben, und da werden dann vielleicht irgendwelche privaten Sachen geleakt, und sein Ruf ist einfach, sein Ruf ist tot. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei dir ist es so, du hast viele Fans, aber du hast ja auch viele Hater, und das ist für mich als Rapper, ich hab von deiner positiven Community, hier hab ich nichts, nur von der negativen, so, aber das ist egal, in dem Sinne, aber wenn du ein Typ wärst, der gegen alle seine Freunde oder Ex-Freunde in dem Sinne einen Diss-Track machen würdest, dann hätte ich ein Problem mit dir, wirklich, mir ist doch egal, wer dich hasst, das ist kein Grund, bei einer Freundschaft, so, aber dieses, seinem Bruder, seinem Freund, ein Messer in den Rücken stechen, so, unangenehm, sehr unangenehm, stell dir mal vor, du hattest dir in seiner Mutter vorgestellt, und du sagst dann irgendwann deiner Mutter, ja ne, der hat 10 Minuten im Song gegen mich gemacht, Digga, so, geht nicht, aber stell dir vor, du machst ein Foto am Sterbebett deiner Oma, das wäre auch krass, aber das macht keiner, Digga, weiß ich nicht, da würde, nee, das kam noch nicht vor, gut, also, wenn wäre ich ja völlig fuchs, das wäre wirklich krass, wenn das einer macht, ich liebe dich auch, Dom, ich habe mich gefragt, um ein Feature am, ach du Scheiße, er hat mich blockiert, boah, die wäre dreckig, die Lache, Digga, er hat mich blockiert, wo, Digga, Digga, Berisha, Real Talk, ich block dich gleich, wie oft willst du noch reinschreiben, 150 Subs verschenken, hat abonniert, Digga, was, was, was ist denn deine Mission, what the fuck, Digga, krank, einfach blockiert, Scheiße, er hat mich blockiert, das ist was cooles, wenn sie weiblich ist, ja, das, 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 okay, okay, ähm, warte kurz, das Ding ist, du sagst ja immer so, was wäre, wenn er eine Reichweite hätte, und so, und irgendwo, man muss, man kann mal Fehltritte haben, und so, aber der Typ ist ja ein einziger Fehltritt, so, und dann ist das Teilzeit. ich verstehe es halt wirklich nicht, wie er noch nicht der neue Drachenlord sein kann, also ich will jetzt natürlich niemanden dazu anschlacheln, aber Realtalk, das, das ist genau die Person, das ist genau die Person, die die Drachenhater suchen, jetzt mal Realtalk, das ist halt so ein Narzisst, der wirklich einfach, nicht sehr klug ist, der wirklich eine dumme Aktion nach der anderen macht, der sich richtig leicht triggern lässt, ich verstehe, also ich verstehe das wirklich nicht, Digga, Realtalk, und ich habe ja auch Videos mit großer Reichweite zu ihm gemacht, also man kennt ihn ja auch. Das Ding ist, ich weiß, du bist immer so ein Typ, du wettest gerne, weil du, du hast so eine Affinität dafür, und bezahlst gerne für Sachen so, und er geht in den BMCL-Ring, gegen jemanden, so kriegen auch nur Leute die Erfahrung, wir beide, jeder gibt ihm 250 Euro, mal, dass er 500 Euro Gage, oder 500 jeder, ich gebe 500 und du auch, dass er dann für 1000 Euro, und 1000 Euro kriegen die Top-MC's, bei Dingen so, Jarambo und so weiter, also wirklich Top-MC's, und er kriegt 1000 Euro Gage, dass er ein BMCL macht. Ja, bin ich dabei, und das will, bin ich bei dir. Ich glaube, wir müssen aber erst mal jemanden bezahlen, der gegen Blazeln, den wir gestalten können. Ich finde da wen, ich finde da wen, und wenn es Cashes macht, egal, ich finde da wen, und er wird um sein Leben rappen, fühlt ihr das, diese Energie? Ja. Wenn du das siehst, wie gesagt, wir holen nicht den Rapper Mittwoch rein, wir geben dir beide 500 Euro. Aber der Rapper Mittwoch das machen, das bringt den gar nichts, Der Top-Tay-Over, ich werde mit Tearstar, Tearstar übrigens hat letztens Geburtstag gehabt, alles Gute nochmal. Alles Gute. Tearstar wird das machen, und wenn ich Tearstar noch 1000 Euro geben muss, ist mir egal, er wird das machen. Er wird das machen. Das belagert Tearstar von Top-Tay-Over. Ich wurde blockiert. Ja. Er hat mich blockiert. Jemand sagt was, er hat keine Beweise, keine Belege, und ich wurde blockiert. Aline Bachmann, und er hat den Bock hat. Ja man, das würde ich aufhören. Okay, crazy, alles klar. Crazy. Also jetzt kann man wirklich von Lappen reden. Also jetzt, okay. Bitte selbstgespräch. 9. August. Yo, Pat. Zu singen. Dombeck, nein. Dicker, ich höre morgen früh in Ruhe rein, melde mich im Anschluss. Alles klar, Dicker, wäre nice auf jeden Fall. Letzter zu, das ist... und habe ich schon, weil ich eine Geschichte von einem Kollegen kenne, ähm, weil ich eine Geschichte von einem Kollegen kenne, der ein Feature mit ihm hatte, und der hat auch Geld bezahlt, und, ähm, ja, der hat ihm das Geld überwiesen, und Pat Damon hat ihm zwei Hooks versprochen. Diese Hooks kamen aber nicht. Pat Damon? Wartest du das, die Ende vom JBB? Ich habe keine Ahnung. Oder ich habe gerade auch überlegt, und auch auf, äh, also nach der Geldüberweisung sollte es irgendwie auch nicht lange dauern. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, es hat... einen Monat kam nichts, und mein Kumpel hat natürlich, so wie ich, dann auch Fragezeichen geschickt, ähm, so, ey, ich finde das echt nicht mehr in Ordnung, ich habe dir das Geld überwiesen, und du hast gesagt, du machst das, und der Song ist hier einen persönlichen Bezug, und der ist mir wichtig, und ich wollte denen dies und das machen. Ja, es kam keine Antwort, trotz dessen, dass sie gesehen wurden, und, ja, irgendwann, nach dem hundertsten Fragezeichen, nach einem Monat, kommt dann irgendeine gepisste, angepisste Nachricht von ihm, dass, dass, äh, es kann ja nicht sein, scheinbar weißt du nicht, was eine Songproduktion, äh, wie so eine Songproduktion abläuft, so als wäre es völlig normal, dass eine Hook einen Monat braucht, also über einen Monat Zeit braucht. Ey, Alter, es gibt, äh, bei Shindy-Album, Dreams, Gold-Album, da gibt es eine Hook auf dem Album, so, ich will nicht spoilern, aber die hat eineinhalb Monate gedauert, ein Gold-Album, eineinhalb Monate hat diese Hook nur gedauert, ja, es gibt mal Momente, da schreibt man ein Verse einfach so runter, aber ja, es kommt tatsächlich vor, dass sich Leute noch Mühe bei der Musik geben, und öfter als eine Millisekunde oder einen Moment darüber nachdenken. Nee. Das gibt es noch. Das ist cringe. Dann liebst du die Musik einfach nicht. First take, one take, okay. Blazing Daniels, first take, one take, Alter, Wenn du dir wirklich Mühe gibst, dann liebst du die Musik einfach nicht. Musik heißt einfach so viel schreiben, wie es geht in kurzer Zeit. Alter. Und er hatte zu dem Zeitpunkt aber immer noch nichts gemacht. Er hatte vorher gesagt, ich habe die Hook gemacht, ich lasse die heute Abend zukommen, also irgendwie nach zwei Wochen, und dann kam sie aber nicht, und dann hat mein Kumpel immer wieder geschrieben, geschrieben, und dann, sorry, ich war auf dem Bau, ich habe hier Baustelle bei mir zu Hause, und dies und das, also immer die wildesten Ausreden. Warum? Aber du hast doch die Hook schon gemacht, warum schickst du mir da nicht rüber? Du wirst doch irgendwann am Tag Zeit haben, die bei Speedy Share oder bei Rapid Share, was es damals noch gab, die hochzuladen und einen Link zu schicken. Also Fakt, er hatte sie nicht gemacht. Gehe ich von aus. Naja, er sagt dann nach einem Monat, nee, sorry, ich hoffe, du wirst Verständnis dafür haben, dass ich dir jetzt auch nicht mehr die zwei Hooks mache, sondern nur noch die eine, weil das ist mir echt zu blöd, ich lass mich hier nicht dumm anmachen. So, Digger, dir wurden 10 Millionen Nachrichten geschrieben, du hast Geld dafür bekommen, und du hast deine Leistung nicht erfüllt. So, und du machst jetzt noch diesen Jungen dumm an, weil er seiner Hook hinterher rennen muss, plus streichst ihm am Ende die zweite Hook, weil du es respektlos findest, dass er dir tausend Fragezeichen schickt. Und dich fragt, in wirklich nettem Ton, ihr wisst ja, wie mein Ton ist, wenn es dann irgendwann... Aber am Anfang der Reaction letztendlich hat er noch seine Kopfhörer auf, langsam ist er so fassungslos, dass er die Runde... Also bei mir immer, damit ich mich selber höre, mach ich nur einen, aber so, ähm... Aber ja, hier hat er auf jeden Fall recht, klar, wenn du, wenn du für zwei Hooks bezahlt hast, solltest du... Ja klar, bezahlt ist, aber für welchen Kek hast du... Wir wissen aber auch nicht, was vorgefallen ist, aber für was für einen Kek hast du bezahlt, Digga? Ja. Wir kennen ihn ja nicht. Du hast irgendeinen Rapper noch nie von gehört, du bezahlst dafür. Ey, falls er jetzt voll bekannt ist, tut es mir voll leid, so, aber ich kenne ihn. Ich hatte schon einer reingeschrieben, Zaid Bubble, Zaid ist, glaube ich, da, da lesen wir auch mal Beef gehabt. Da umgehalten wird, glaube ich. Zaid? Zaid, C-A-T-E. Ja. So kenne ich ihn nicht. So lief das ab. Obwohl, ist das der hier? Und dieses Wissen hatte ich natürlich, aber ist nicht mein Ding. Mir egal, Digga. Aber deswegen habe ich genau, das ist auch wirklich hinaus, Digga, ich höre morgen früh rein, melde mich im Anschluss, habe ich schon gedacht, er, um was wette, ich schwöre, er wird sich nicht im Anschluss melden. Und er wird auch nicht schworen, und es muss wahr sein. Naja. Alles klar, Digga, wäre nice auf jeden Fall. 9. August. Okay, jetzt kommt jetzt der Chat. 10. August, 20.22 Uhr. Das ist gut. Also, äh, jetzt kommt, was Bläsentän hier geschrieben hat. 24 Stunden später. Und wie sieht es aus? Weil, na, ich höre morgen früh rein und melde mich im Anschluss. Ich habe wohl den Zug, halt. Keine Antwort. Keine Antwort. 11. August, 17.35 Uhr. Zuverlässigkeit ist mal wieder Bombe bei dir. Dann kommt dann, Sobald ich ruhiger sein muss, sagst du mir Bescheid. Ja, weil langsam wird es wach. Ja, angepasst der Spruch, ne? Dann, kommt eine Nachricht. Dicker war gestern mega down, ganz nackt Schüttelfrost und nicht in der Lage, mir irgendwas Musikalisches zu geben. Okay, aber schreien. Ja. Das könnt ihr jetzt in die Kategorie einordnen, wie ihr wollt. Was, wenn es ihn nicht gut wäre? Ich habe in die Beute. Dankeschön. Ich so, Bro, ich will einfach, dass man sein Wort hält und nicht da ein Ausreden hören. Ich hätte Bock auf einen Track mit dir. Bist du motiviert oder nicht? Ist die Frage. Hä, wie du bist krank? Digga, auch nicht krank zu sein. Hast du jetzt Bock auf einen Track mit Blazin Daniel oder nicht? Digga, aber mit Blazin Daniel. Oh, was ich das erlebe. Vielleicht muss ganz kurz auch Toilette wirklich. Bringst du aus der Küche noch Dingsbücher? Bier? Ja, ich spreche so lange mit denen. Ja. Ey, yo. Leute, was geht? Ich bin kein Twitcher, ja? Seht es mir nach. Ich versuche einfach mal, hier zu gucken, was ihr macht. Übrigens, nicht wundern, warum ich mal so gucke. Meine Augen werden nächsten Monat gelasert. Chesra. Hey, dich kenne ich sogar. Wie? Was geht? Yo. Alter, zu schnell, zu schnell. Junge, der echte Twizy. Ja, es ist der echte. Silly. Kein Twitcher, aber meinem Freund Anthony. Oh, wo? Oh, wo? Oh, W? Oh, was geht? Twizy featuring Blazin Daniel. Nein. Nein, 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 nein. Twizy Fragezeichen. Ja, Buchholter. Was los? Nope. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wurde Blazin Daniel gehackt oder wie so? Läuft es auf seinem Kanal Kryptowerbung wie bei Junbem? Uh, alles gut. Alles Gute, Twizy. Wofür? Anestina? Wofür? Also, ich bin gesund. Dafür, dass ich gesund bin. Dankeschön. Mir geht es sehr gut momentan. Sehr, sehr gut. Ähm, Twizy sieht direkt besser aus. Ohne Twizy sieht, ohne KuchenTV sieht Twizy... Ach so, ah, jetzt ist es so. Ja, dankeschön. Sind die, sehen die Zähne weiß aus in der Kamera? Ich weiß nicht, wie das ist. Allerdings, keine Ahnung. Bro, Twizy, kleiner Funfact. Funfact. Erzähl. Ja, welcher Funfact? Wie hast du Kuchen kennengelernt? Ähm, Alter, das ist ganz ehrlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Ich glaube, der hat mich irgendwann mal nach dem... Wie haben wir uns kennengelernt? Im Sausalitos so richtig, im Braunschweig, ne? Ja, der haben wir immer gecheckt. Ja, ja. Ja. Im Sausalitos, im Braunschweig. Ja, das war ein Stück zur Seite. Hasselhamburg, gängeschön. Twizy, wann streamst du mal? Nö, ich bin nur so bei... Oh, hast du dir wehgetan? Ja. Oh, egal. Ich bin nur so bei Kuchen, so kleiner Sidekick-Gast. So, ich supporte den. Der muss reicher werden, der muss reicher werden und mich unterdrücken. Ja, ist alles gut. War ich tatsächlich, aber mir Ausreden zu unterstellen, ist uncool und nagt massiv an der Motivation. Kein böses Blut, aber tatsächlich ein Grund, den Song nicht zu machen. Dennoch viel Erfolg damit. Also, ne? Das war für mich halt schon eine Ausrede hier. Äh, diese Typ, ne? Ich hörst du. Ich hörst du auch. Immer mit dem Hintergrund wissen, was ich weiß, was er bei meinem Kumpel abgezogen hat und dass ich die musste einfach wiederholen. Ähm. Also, dann können wir mal reinhören, und was ich gesagt habe. Pat, das ist halt wirklich schwach, wenn du, äh... Ja? Ja, ich wollte ja, aber jetzt will ich nicht mehr, weil das ist mir echt so dumm, wenn du eine Ausrede unterstellst. Kannst du kurz links beantworten, Fragen und so? Ja, ja. Ja, Leute, was geht? Es läuft. Ja, vor allem, das geht noch voll lange, ne? Der hat jetzt auch voll lange mit dem noch geschrieben. Ich find's echt heftig, wie Blazin Daniel hat das... Er checkt das wirklich halt auch einfach nicht, ne? Guck mal, alleine dieser Chat... Geht jetzt noch eine Stunde. Ach, geil, Digga. Wieso ziehst du dich an Twizzy? Solltest deine Sätze auch schon beenden, Bro. Ja, Arianna. Wir haben's auch beim ersten Mal schon gelesen. Du brauchst es nicht zehnmal reinschreiben. Alles gut. Hast du das ganze Video schon geguckt? Wir haben das gesehen gehabt bei unserem Männerwochenende, wo wir unterwegs gewesen sind, aber da hab ich nicht die ganze Zeit zugehört. Also es lief halt so nebenbei einfach, ne? Aber ich hab andere Sachen gemacht. Also ein bisschen was weiß ich halt, aber jetzt nicht so... Ich könnte jetzt nicht sagen, was die ganze Zeit passiert ist, ne? Ich mag Twizzy, wie er nett zu allen ist und Tim frontet die Leute. Ja, ich muss euch halt erziehen. Was soll ich machen? Wollt ihr ja in einem Blazin Daniel Video landen und er sagt euch, dass ihr keine Erziehung genossen habt? Das wär nicht so korrekt, ne? Hast du Timos Getränke klaut? Ja, Mann. Ja, ich hatte halt Hunger, ey. Du hast hier ja nichts bestellt. Da dachte ich so, ja, komm, meine Güte. Was ist denn das Problem? Nein, ich dachte halt... Ja, cool, das Ding ist, wir haben an dem Männerwochenende am Samstag haben wir halt so auf Karte halt was bestellt gehabt und ich hab halt vergessen, was zu trinken zu bestellen. Und ja, dann war da halt ein Uludag. Und wir haben halt das Essen verteilt und keiner hat nach diesem Uludag gefragt und einer von unserer Gruppe, der hat irgendwie geschlafen und so und ich dachte, dem gehört das. Dann dachte ich so, ja gut, ich nehme mir das, nachher bestellen wir eh nochmal, dann kann er halt was haben. Und ja, dann hat das allerdings Timo gehört. Aber der hat sich halt auch nicht, weiß nicht, der hat auch nichts gesagt davor, so, dass das seins ist. Ich hab rumgefragt, wer gehört das wem? Der hat ja nicht geantwortet. Okay, Leute, Concentration. Auf geht's, komm, jetzt eine halbe Stunde kriegen wir auch noch hin. Die schaffen wir jetzt. Digga, du hast gesagt, du meldest dich morgen früh, hast es nicht gemacht, so, Punkt. So, das ist, worum es geht. Nicht darum, was, aber jetzt will ich nicht mehr. Also, ne, guck mal, du bist ein erwachsener Mann, da erwarte ich eigentlich schon, dass du das reflektieren kannst, dass, ja, dass du einfach dein Wort nicht gehalten hast, so. Also, in diesem Sinne, denk darüber nach, ciao. Er hat ja immer richtig was mitgegeben. Denk darüber nach. Ich kenne Tage, an denen man down ist, aber es geht mir halt einfach darum, du sagst etwas und du tust es dann nicht, so, weißt du, und dann schreibe ich dich noch an und muss doch was schreiben, jo, bist du ehrlich wieder zuverlässig und dann kommt dann einfach nur irgendwas zurück, statt zu sagen, sorry, ich war gestern down und dies und das, ich geb's mir jetzt. Aber du kommst einfach, ich war down, Punkt. Ach so, okay, ja gut, dann kann das ja nie stattfinden jetzt, ne? So, weißt du, du kommst nicht mit, das ist genauso, wenn du jemanden fragst, wollen wir uns treffen und dann sagt die Person einen Tag vorher ab, Digga, ich fange gleich an zu weinen, Alter. Also, die sagt einfach ab, anstatt zu sagen, du, sorry, ich kann nicht, aber wie sieht's denn Samstag aus, kannst du da? Das meine ich und, nein, ja, mir trinkt, dass ich damit irgendwie Unrecht lüge. Ja, jetzt hat er mich blockiert, also, der Grund, warum er mich blockiert hat, ist absolut, absolut kindisch, feige und peinlich, weil ich hab nichts, Digga, er hat ja keinen Bock auf dich, ey. Er hat sich, er hat sich an deinen Titeln bedient, nein. Bedroht, beklaut und fast geschlagen. Lächerlich, Lächer, die lächerlichste, Entschuldigung. Der lächerlichste Instagram-Blog, Läser Talks 2. Ohne Witz, er sagt das aber auch in so einer Stimmlage, dass man so ein zart beseiteter könnte, anfangen zu weinen, Digga. Digga, meine Hose ist kaputt, ich spür das gerade. Scheiße, meine Hose hat ja wirklich ein Loch. Echt? Ja, Mann, Real Talk. Keiler Typ, Alter. Ja, ach Mann, das war die einzige Hose, die mir gepasst hat, scheiße. Ich hab hier im Stream darüber geredet, dass ich hoffe, dass er dieses Wochenende kommt, weil letztens Wochenende hat er schon geschoben, und dann hat er wieder seine, ähm, diesmal war es dann die Mutter, die im Krankenhaus liegt, ähm, also ne, das kann sein, alles, ne? Ja, dieses Mal ist es seine Mutter, die im Krankenhaus liegt, ja, natürlich ist das passiert, labert auch nicht, ey, wie kann man denn, ich muss wirklich aufpassen, Bläsen, den ja nicht zu beleidigen. Nee, darf nicht, darf nicht, darf nicht. Nein, darf er nicht, aber Digga, er denkt jetzt halt wirklich so, dass die Ausrede von diesem Typen ist, ja, meine Mutter ist im Krankenhaus. Als ob man das so als Ausrede nimmt. mach weiter, sowas bei mir, Digga, das ist das, kein Zufall mehr. Naja, dieser gottlose, unangenehme, süßer Mensch, dieser süße Mensch, ihr wisst, was ich sagen möchte, wie, jetzt mal, Mutter bringt dich auf die Welt, du verdankst, alles Existenz, wie kannst du denn so, hm? Ja, vor allem stell dir vor, es passiert dir, und Bläsen, Daniel sagt, ja, das ist eine Ausrede. Digga, so, dann wirklich, dann muss er ins Café kommen. Ja, dann muss er ins Café kommen. Und das ist, für Bläsen Daniel ist das legitim. Er denkt sich so, ja, man, der andere Typ, der muss doch durchdrehen, sorry, wenn ich lauter werde, so, ne, aber der muss doch durchdrehen. Und dann beschwert sich Bläsen Daniel, dass er geblockt wird, hör, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, sagt er, wenn er mich geblockt, hör. Ja, er meint, ich wäre, ähm, respektlos und so, ich glaube, das ist wie jetzt, wenn ich sagen würde, an dem und den Datum, ey, Kuchen, ich habe keine Zeit, da ist der Todestag, ich muss das Grab von Dings und Dings, ne, meiner Mutter fliegen, ähm, ich habe da keine Zeit, wie, du kannst doch nicht mit mir saufen gehen, bleib, willst du mich schimpfen? Ja. Stellen und dies und das, äh, ein Song basiert auf gegenseitigem Respekt, ich habe ihm dann gesagt, äh, Digga, ich habe Respekt vor dir, deswegen will ich einen Song mit dir machen, so, ich habe mega Respekt vor dir, du singst super, alles geil, ähm, ich finde das so einfach, doch Respekt vor den Menschen, nicht vor der Kunst, habe ich mir hier auch gesagt, also von meiner Seite gibt es dicken fetten Respekt hier gegenüber, ne, habe das also wirklich hier klargestellt, ich habe keine Frage, ja, ey, ich kann das vollziehen, was du sagst, gegenseitiger Respekt ist das Wichtigste und, ja, ich habe ja Respekt von dir, sonst hätte ich dich ja nicht angeschrieben, ne, sonst, ähm, ja, und es geht auch nicht um den großen Blazen Daniel, dich warten zu lassen, ich bin einfach jemand, muss man wissen, bei mir ist so Wort, gesetzt, ne, ich halte was, egal was ich sage, keine Ahnung, vielleicht habe ich es dafür reininterpretiert, also ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass du dich dann in der Woche meldest, oder, wenn man, ist auch egal, man ist ja anders gewöhnt, aber ich habe auf jeden Fall Respekt vor dir, und, äh, wenn das bei dir so rübergekommen ist, dann, oder, oder, ich nehme es zurück, also, tut mir leid, dass ich dich, äh, da irgendwas vorgeworfen habe, es kann auch sein, dass da immer Vorerfahrungen mit Reihen spielen, und dann schreibt einer nicht, und dann, ja, klar, der schreibt, ich wusste eigentlich schon so, und habe mir gedacht, ja, der meldet sich eh nicht morgen früh, und dann, wenn das dann so noch bestätigt wird, wenn man sich das so denkt, dann, ja, dann schreibt man halt sowas, Fresse, bitte Paul, ich sage dir, diese Memo ist die erste von ihm, die ich irgendwann ab der Hälfte fühlen konnte, so, er, er, er sagt nochmal, wir fassen es nochmal zusammen, okay, für den Chat auch nochmal, der Typ wurde sein ganzes Leben verletzt, und so weiter, weil er halt ein, unangenehm ist das Wort, ne, heute, unangenehm, weil er ein sehr, sehr unangenehmer Mensch ist, und wenigstens hat er den Schneid dazu, sich zu entschuldigen, erklärt nochmal, dass er ein unangenehmer Mensch ist, und dass er die Enttäuschung nur kennt in seinem Leben, und ich sage dir, diese Memo, die du da gemacht hast, spiel die ab jetzt in jedem Intro von deinen Songs ab, lass sie laufen, und du kriegst mehr Daumen hoch als Daumen runter, du kriegst mehr Daumen hoch als Daumen runter, der ist wirklich korrekt, Digga, das bringt mich zum Beinen, also, ihr merkt, in welche Richtung es geht, also, ich hab sogar, ich hab mich dann wirklich reflektiert und dachte, okay, vielleicht hab ich das jetzt einfach wieder vorverurteilt, aufgrund der Erfahrungen, die ich mit so vielen Menschen gemacht hab, dass die halt einfach unzuverlässig sind, und einfach, was ich gerade vorhin sagte, dass du, wenn du jetzt was im einen Monat ausmachst, oder morgen, du hörst morgen rein, dass du halt morgen nochmal nachfragen musst, ey, treffen wir uns dann auch in einer Stunde, oder hat irgendwas dazwischen gekommen, so, ne, und das hat sich halt hier alles so bewahrheitet, aber ich hab mich reflektiert und dachte, okay, vielleicht hab ich ihm Unrecht getan, ähm, und hab noch gesagt, Digga, ich habe großen Respekt vor dir. Und, äh, ja, also hier hab ich dann nochmal das Gleiche gesagt, irgendwie sowas. Bruder, du hast gerade Props von Twitter bekommen, mach dich kaputt. dicken fetten Respekt dir gegenüber. Dann war's gleich kaputt. Äh, höre mir das später an, nutze den Kinder für einen Tag mit meiner Freundin und höre das morgen mit etwas ruhigeren Gemüt an. oder Kinder? Ja, alles cool, hab ich geherzt. Mach das Digga, schönen Abend noch. Dir auch. Danke. Du hast dich jetzt drauf aus, heute in so kurz gehst. Ähm, er meldet sich, und, ähm, ja, dann, weiß ich jetzt nicht mal, was er gesagt hat, ne, irgendwas Nettes, so, ey, dann ist doch alles cool, bla bla, ähm, ja, dann hab ich ihm den Link geschickt von dem, von dem, was ich mir jetzt vorstelle für unser Feature. Perfekt, checkst du gegen 14 Uhr und melde mich dann umgehend. Ähm, ja, ihr könnt dreimal raten, wer es nicht 14 Uhr gecheckt hat, aber, ähm, dann ist es noch 14 Uhr nach 5. Genau, warte, jetzt kommt hier, ist das sein Ernst? die mach ich mal kurz weg. Ist das sein Ernst? Okay, das ist, was hab ich gesagt? Yo, Digga, ich rapp dir einfach mal die ersten vier Bars vor, damit du weißt, in welche Richtung es geht. BAM! Nein! Geiler Beat, Alter, ohne Scheiß. Nein! Alle Hände, alle Hände in Berlin. Ey, folgendermaßen, ey, folgendermaßen. Yo, yo. Ja. Es ist traurig gelaufen, jetzt sind Monate vergangen, ich hab dich nie gebraucht, ich hab nur geglaubt, dich zu brauchen, aber weißt du was? Ich brauch dich nicht, ich hab mir diese Lüge einfach ständig aufgetischt. Ah, aufgetischt. Ich hab schon die erste Bars, in diese Richtung schreibe ich. Yo, Digga, genau, erkennt ihr doch den Song, Sommersonne, Suizid von Cybex, den fühle ich gerade, Digga. Ist das geil. Digga, wie kannst du einen so nerven? Und hat er geschrieben, ähm, okay, das ist ein Richtmesser, kannst du mir den Link... Warte, ganz kurz, ganz kurz, warte, ganz kurz. Leute, drei Sekunden alle, beruhigen sie nochmal kurz, warte. Einmal durchschaffen. Wusa. Und jetzt geht's weiter. Top 10 Gründe, warum Sterbehilfe in Deutschland legal sein sollte. Oh, das geht so. Ähm, und ich so, Yes ist unterwegs, ist raus. Geh jetzt den ersten Part-Record und schick dir dann, optimal, schick dann rüber. Achso, scheiße, ich hab's nicht im richtigen Bild, sorry. Schick dann rüber. Hab's dir gerade geschickt, war's im Spam, ich check's ab. Hinten raus, florsst du voll in die Hook mit dem Gewinnen, also das ist ein, ja, was ich halt geflottet habe. Vielleicht ändern, ändern, wenn dir ein Hook drauf ist, ich probier mal was aus, Thema liegt mir ja sowieso. Genau, hab ich gesagt. Genau. Ja, Digga, haß Landburg, dankeschön. Schön, dass du reingehört hast. Bitte, dass ein paar Coole selber von YouTube lebt und so. Fast von YouTube lebt, der nicht mal selber einen Zap raushaut. Ja, genau, also ich kann das am Ende ändern, also ich bin über die Dings gegangen, über die Hook, über die Drum, aber falls du da früh anfangen solltest, kann ich das auch noch ändern oder halt A Cappella rausschneiden, wie auch immer. Oder einen Drop machen. Digga, ich küsse dein fucking Herz, wenn du eine geile Hook machst. Also wirklich eine fühlbare, das Thema ist also alles real. Ah, wirklich gut. Das ganze Album, was ich gerade mache, ist real. Real, Digga. Achso, das ist real, aber die anderen dann nicht. Das ist aber real. Das ist nämlich ein Diss-Tracking der alten Freunde, das ist so real, Digga. Das ist wirklich real. So real. Diese Thematik. Das will ich rauschneiden, bei Twitch, das ist immer so, das Album ist wirklich real. Ich hab richtig Bock auf eine geile Pat Damon Hook. Auf euch. Genau. Ich will wissen, wer in dieser Pat Damon ist. Der Name klingt so, als ob er irgendwie was wäre, so, aber ich weiß es nicht. ich mach mir Gedanken zu einer Hook und komm zum Recorden mit ein paar Bierchen und ein paar Bierchen und ein bisschen jammen. Geht das? Ja, ja. So. Das ist der Punkt, wo er sich, ähm, ja, wo er sich quasi den Weg zu mir aufheimst und, ähm, was geil wäre, er wäre herzlich... Digga, warte mal, was ist der hier? Vor 13 Jahren? Pat Damon featuring Jewelts. Womit hab ich das verdient? Das denk ich mir auch grad. Ist der das? Die Gesangsmeerung ist leider schief. Warte mal, wo ist denn er? Boah, okay, Digga, jetzt ist das Fitch schon gleich. Hör mir auf, Digga, Mama, shit. Halt, shit. Boah. Boah. Halt, stopp. Der Shad sagt, halt, stopp. Der Shad hat recht. Das ist aber so ein richtiger 2008-Hit, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Willkommen gewesen. Also, es gibt ja nichts Geileres, als zusammen Musik zu machen. Und, ja. Blase, Entschuldigung, ich will noch einmal kurz noch, Blase ist auch ein kleines Marketing-Genie, weil der ist so einer, der weiß, was er hat und nutzt das. So, der hat zum Beispiel auf den neuesten Songs, wahrscheinlich, also neuesten Songs, bei ihm kann man nie sagen, weil die Songs, er macht ja jeden Tag Songs, aber da hat er in die Waagschale geworfen, yo, und ich hab 1,2 Millionen Klicks auf bei KuchenTV. Der wirbt sogar damit, dass er bei KuchenTV zerstört wurde. Naja, ich würde aufs Gedanken, genau. Dicke. Ist ein Millionen-Video. Dicke, Mann. Was ist das, Alter? Ey, der, der, hier. Das ist wie, als wenn K1 jetzt Promo gemacht hat. Yo, ich geh auf einen neuen Club. Bushido hat grad ein, also, früher, ne? Bushido hat grad ein Diss-Tracking mich gedroppt. Yo, ich bin cool. So, zu dem Zeitpunkt. Nein! Wie, warum? Warum? Also, er, ne, ich weiß nicht, das sind 250 Kilometer oder so zu mir, deswegen dachte ich, okay, erst keine Zeit, erst gibt Menschen, die ein Auto haben, Bruder. Äh, geil. Also, cooler Switch. Aber, wir reden halt immer noch in der Theorie. Ich hab dann gesagt, ja, geil, Mann. Ähm, cool. Meinst du, du willst richtig real-life-mäßig rumkommen und bei mir aufgehen? Also, kannst du machen. Sorry. Wenn sich irgendwer mit mir treffen will, ist das immer mein Schandarspruch. Digga, willst du dich so richtig real-life-mäßig mit mir treffen? Ich war wirklich heute, ne, das Kuchen-TV, der Kuchen-TV mich gefragt hat, dass ich heute neben ihm sitzen darf zum Streamen. Digga. Das war so schön, dass du das gesagt hast. Unfassbar. Äh, Daniel nimmt auch jedes Telefonate auf Uneinverständnis und hat Ordner mit jeder Person, mit der je Kontakt hat, und speichert Screenshots darin und all deine Storys. Ja gut, das sind halt jetzt irgendwelche Vorwürfe. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er schon etliche Telefonate aufgenommen hat. Ich hab auch mal mit ihm telefoniert, noch bevor mein Video gekommen ist und hab auch... Catches auch. Ja, da hab ich auch irgendwann mittendrin, hab ich dann auch so gesagt, jo, das wird aber nicht veröffentlicht, sonst zeig ich dich an. Und der so, hör, warum hast du irgendwas zu verstecken? Also er hat halt offensichtlich aufgenommen. Ja. Ja. Das wär, das wär mal was anderes. Ich glaub, ich hab noch nie mit jemandem einen Song vor Ort gemacht. Doch, mit Timo. Er lügt einfach. Ich glaub, ich glaub, ich hab mehr Songs vor Ort gemacht, als ich. Er hat sich eingeladen. Und es gibt noch die Bridge, ne? Bridge. Das ist real. Bars. Könnte man sich dann überlegen, ob du die, ob jeder vier Bars macht, ob du vier Bars singst und ich mach gerappte vier Bars oder ja. Oh. Genau, ich bin grad am zweiten Part, Digga, und der wird auch richtig gut. Ich geb dir mal ein paar Leidens. Gefühle spielten verrückt und waren außer Kontrolle, doch bei dir nur verknüpft mit einer Schauspielerrolle. Fast hättest du's geschafft, mich die runterzureißen, aber unter uns beiden, du wirst den Punkt nie erreichen. Vielleicht wirst du bei mir ein Wunderpunkt bleiben, aber mehr auch nicht, nicht mal in den dunkelsten Zeiten. Digga, so sieht's aus. In den dunkelsten Zeiten. Und jetzt mal unter uns beiden. Du solltest wissen, du wirst nie bewusst etwas reißen. Digga, so sieht's aus. So, als ob er jetzt alles abgerissen hätte. So, ja, so ist das, Digga. Das wäre doch geil, wenn das so ist. Ja. Also, du schickst und fragst, hast du morgen- oder Sonntagszeit? Bist du herzlich eingeladen? Können den Text auch hier vor Ort schreiben. Anders ist immer besser, Digga. Internet-Mucke ist vorbei. Dieses Wochenende mega schlecht. Nächste Woche gerne. Ja? Okay, geil. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Das war letzte Woche. Letzte Woche, wo das sein sollte. Und dennoch war mir im Kopf, ich hab's aber nicht raushängen lassen, mir war schon klar, ich schwöre bei Gott, der wird niemals kommen. 18.30. Weißt du nicht, wo Bayern Dortmund übertragen wird? Irgendwas wird sein. Das habe ich dir auch im Stream, glaube ich, gesagt. Also, dass meine Bedenken waren. Aber ich freue mich drauf, wenn es passiert. Ja, wäre auf jeden Fall geiler. Könntest du nächsten Sonntag so ab 12 Uhr? Super, hätte. Jo, Digga. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Richtig geil. Nächsten Sonntag. Also, ich fahre am Freitag nämlich nach Bamberg und kaufe ein Auto und bin dann Samstag zurück. Das ist sehr weit von mir weg. Deswegen wäre Sonntag ideal. Oder halt Freitag oder Donnerstag. Das geht natürlich auch an. Nee, gar nicht. Da fahre ich schon weg. Also am Sonntag. So, und jetzt werde ich dir meinen zweiten Part vorlesen. Morgen werde ich dir dann auch beide Parts schicken. Obacht. Pass auf, Digga. Ich weiß nicht, warum er das macht. Jetzt kommt der Part. Warte, ich mache eine neue Sprachnachricht, damit es ein Einer ist. Warte. Ja, dann trage ich ihm hier meinen Text stolz vor. Denn wenn man ein Feature zusammen macht, dann will man den Gegenüber natürlich auch wissen lassen, was man jetzt dafür gemacht hat. Gefühle spielten verrückt und waren außer Kontrolle, doch bei dir nur verknüpft mit einer Schauspielerrolle. Fast hättest du es geschafft, mich runterzureißen, aber unter uns beiden, du wirst den Punkt nie erreichen. Vielleicht wirst du bei mir ein Wunderpunkt bleiben, aber mehr auch nicht. Ja. Ich hatte einen Wunsch und begann Münzen in den Brunnen zu schmeißen und siehe da, jetzt sitzt der Boss hinter verdunkelten Scheiben. Kein Verlangen mehr, aus irgendeinem Grund dir zu schreiben, meinen Kummer zu teilen, denn die Wunde wird heilen. Damals liest du mich gern wie ein dummen Hund leiden. Wegen dir hab ich mit mir gerungen wie Tyson. Verkauf Lügen wie du willst. Oh, stopp, stopp, stopp. Tyson war Boxer, er war kein Ringer, Bruder. Warum gerungen? Sorry, ich bin Mike Tyson Fan. Tut mir leid, ich mach noch einen zurück. Der Umsatz wird steigen, doch du kannst dir die Wahrheit in ihrer Summe nicht leisten. Alle Wege führen nach Rom, zu dir führt keiner mehr, denn ich bin nicht der Hurensohn auf deinem weißen Pferd. Boah, oi, Memo. Doch. So, und dann kommt nächstes Wochenende Städtika. Ich so geil, geherzt, freu mich drauf. Hammer, da freu ich mich sehr drauf. Willst du dann so 12 Uhr da sein, Sonntag? Ähm, also, er hat gesehen, ne, nicht mehr geantwortet. Ich so dann, wann war das später jetzt hier, 13. August? Ne, genau, einen Tag später. Hammer, da freu ich mich sehr drauf. Willst du dann so Sonntag da sein? Ähm, ja. Dann kam, Digga, da kam, da kam sieben Tage nichts. Sieben fucking Tage kam nichts. Ja, der man aber schon antworten kann, auf jeden Fall. Und ich musste noch ein Fragezeichen schicken. Und dann am 21. August um 11.14 Uhr. Digga, ich kann den Termin am Sonntag nicht halten, hab meiner Mutter am Donnerstag ins Krankenhaus zur Schmerztherapie gebracht und dementsprechend noch keine Sekunde in den Song gesteckt. Haben wir noch eine Woche oder gibt's eine Deadline? Ich möchte hier jetzt nochmal sagen, ne, ähm, ich will nichts unterstellen, ne, und es kam, aber ich hab's ja schon gesagt, ich hab mir schon gedacht, in einer Woche niemals kommt der irgendwas wird sein. Und es war irgendwas. Ja, dann. Aber ich habe folgendermaßen reagiert. Ja. Obwohl er eine Woche nicht geantwortet hat, Mann. Oh fuck, wünsche ich ihr alles Gute. Regt sich das nicht auf, Digga? Doch, ich bin lustig. Du sitzt so neben mir so und ich brodel in mir, brodelt so der Hass. Ich feiere es. Aber, aber, ja, du, aber so, Digga, er schreibt sogar noch so voll. Er ist so, so fragend, so, haben wir nicht eine Deadline? Guck mal, ich hab meine Mutter zur Schmerz. Sorry, aber wenn du mir schreiben würdest, ich würde dir sofort, hey, kann ich dir bei irgendwas helfen? Kann ich dir irgendwelche Arbeit abnehmen? Kann ich irgendwas, Bruder, brauchst du gerade mich? Was kann ich tun für dich? So, irgendwas, so, wenn ich irgendwas hätte, hoffe ich, dass du es auch machen würdest. Weil dieses, das so, ja, ich will ja nichts unter, selbst wenn du was unterstellen würdest, sorry, heute bin ich getriggert, so, dann sag das nicht. Dann fühl es im Herzen, im Hinterkopf so. Aber wenn dir der Typ schreibt, dass er seine Mutter zur Schmerztherapie bringt, dann ist das so. Vielleicht hat er gelungen, vielleicht nicht, aber du nimmst dir nicht das Recht raus, darüber zu urteilen. Nein, machst du nicht. So, in dem Sinne, cool. Und du setzt dich wie ein unangenehmer Mensch, ich bin schlau, ne, Twitch, äh, hier, Manuel Eisenvoice, ähm, unangenehmer Mensch, live hin und lässt das über diesen Typ, obwohl er dir so eine liebe Nachricht schreibt. So, Digga, das Herz von dem anderen, ich küsse das Herz von dem anderen, Alter. Das geht nicht, Digga. Wir sind sehr based. Hat noch eine Woche, eventuell würde ich dann noch, würde ich dann auf einem anderen Bild nochmal was schreiben und dir dann schicken, beziehungsweise einfach, wenn du da bist, dann gemeinsam einen aussuchen für die Hook, die du machst und ich mache die Parts dann, nachdem wir dich aufgenommen haben, damit du dir den Beat aussuchen kannst, der dir am besten gefällt. Denn dann habe ich die Hook, wo ich ihn eingeplant habe, habe ich dann selber gemacht. Die habe ich dann schon, ich habe die schon in dieser Woche hier dann alleine gemacht, weil ich wusste, ich wusste, er wird nicht kommen. So, ich habe es einfach, ich habe es, ich habe es hell gesehen. Ja? Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich gebe dir gar nichts Festes, wir machen das, wenn du da bist. Ich habe mehrere, viele Beats gekauft, wir suchen dann einen aus. Und gut ist, okay. So, wir nähern uns dem 28.8., das war der 21.8. Okay, optimal danke dir, 21. August. Ich herze die Nachricht, okay. Und schreibe dann am Donnerstag, muss ich gucken, was das für ein Datum war, Donnerstag, am 26. August. Ich muss runterfahren. Also fünf Tage später schreibe ich. Ich glaube das alles nicht. Hey Digga, du kannst auch heute, morgen oder Samstag oder Sonntag kommen. Ich bin flexibel, um klarzumachen, ich bin da, ne? Also je nachdem, ich habe jetzt Urlaub, wann du Zeit hast. Stell doch deinen Song nicht in den Vordergrund, wenn du seine Mutter Probleme habt, Mann. Lass das doch, lass das. Ich kann. Um die Flexibilität. Er hat die Nachricht gesehen und nicht geantwortet. Dann gestern. Also gestern am 29. Also drei Tage später. Schreibe ich nochmal, wann willst du kommen? Hier, für sie zu 100%. Drei Tage später, weil dann bleibt ja jetzt scheinbar nur noch der Sonntag, weil jetzt war ja Samstag. Oder nee, was ist heute? Heute Samstag. Verstehst du nicht? Rage ich gerade unnötig? Ähm, nee, aber, also du hast, was das Thema angeht, ja einfach eine andere Story als ich. Ja, klar, aber stell dir vor, deine Mutter wäre nicht mehr da. Ja, ja, klar, safe, dann würde ich auch so abgehen, ne? Aber es ist einfach so, ne? Jeder macht halt seine eigenen Erfahrungen. Ich kann dich komplett verstehen. Meine Mutter war auch deine Mutter. Freitag, genau. Bruder? Dann schreibe ich, wann willst du kommen, Pat? So, und jetzt schicke ich um 10.51 Uhr, also einen Tag später, wieder nochmal ein Fragezeichen, denn jetzt ist Samstag. Also bleibt morgen nur noch Sonntag, weil, du hast ja gesagt, nächstes Wochenende steht, hat er vorletzte Wochenende gesagt, und dann, ob eine Woche später geht. Das war jetzt. Also dieses Wochenende. So, und jetzt um 14.13 Uhr, also vor anderthalb Stunden, schreibt er, Dicki, Mutter ist nach wie vor im Krankenhaus, kommt aktuell zu nichts, offizieller Entlassungstermin ist jetzt am Mittwoch, hab dich nicht vergessen, aber aktuell Musik schwer. Digga, warte, 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 sorry, soll ich kurz rausgehen, Alter? Ist das jetzt dein Ernst, wirklich, soll ich kurz rausgehen? Das ist wirklich dein Ernst. Soll ich kurz rausgehen? Ich geh kurz auf die Toilette, Digga. Jetzt mal, jetzt mal Real Talk. Warte, 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 falls es eine Steigerung von Nichtbeleidigen für Unangenehmen gibt, dann ist das jetzt, Digga, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wirklich, guck mal, dieses, als wir bei Props oder Hobbs ihn so ein bisschen gefrontet haben und so, ich verstehe, ne, es ist immer noch ein sterbender Mensch, so, warum er getriggert war oder so, aber der zeigt doch nicht allen Ernstes, dass ein Typ erklärt, dass es seiner Mutter schlecht geht und dass ihn, dass ein unzuverlässiger Mensch, das kann doch nicht, Digga, es geht nicht. Das ist gerade wirklich seine Argumentation. Nein, das geht nicht. Nein, das passiert hier nicht. Das passiert nicht in Deutschland, überall auf der Welt, das passiert, Digga, wenn du ein Mensch mit Herz, mit Werten bist, der ein bisschen Einfühlungsvermögen hast, dann bist du nicht so. Du bist nicht so. Ich würde seine Freunde auffordern, die Freundschaft zu verlassen, zu kündigen, aber er hat keine Freunde, deswegen ist es egal. So, das ist sehr, sehr eklig, darf man sagen? Ja. Sehr, sehr eklig, sehr, sehr widerlich. Kuchen, hört sich das jetzt mit euch an und ey, sorry, wenn ihr so denkt, ey, warum geht dieser kleine Mann da jetzt gerade so ab? Digga, das ist widerlich, Alter, das ist wirklich eklig. Solche Leute, wenn die eine Reichweite hätten, hat er nicht, deswegen alles gut, gehören gecancelt. Das ist ekelhaft, Digga. Ihr müsst mir überlegen, was der da sagt und der meint das alles ernst, das ist das Schlimmste. So, wenn der jetzt sagen würde, haha, Spaß verarscht, aber der meint das ernst. So, und der hat wahrscheinlich wirklich, wie wer in seinem Chat gesehen hat, neun Fans. Neun Leute. Ich glaube, acht machen sich übernustig, ich glaube, der eine ist noch. Okay, scheiße. Erstmal, was hat das damit zu tun, ob deine Mutter im Krankenhaus liegt, dass du nicht wegfahren kannst? Ey, warte mal, ey, Tzzy. Was? Er hat gerade gesagt, was hat das mit deiner Mutter im Krankenhaus zu tun, dass du nicht wegfahren kannst? Digga, halt die Presse, ey. Halt die Presse. Ja, willst du das anhören? Nein, ja, warte, ist das nicht gut. Digga, wie kann man denn menschlich so kaputt sein? Also, ich bin ja schon wirklich so empathiemäßig echt eher unten angesiedelt, Digga. Aber das, ich würde mir das nicht mal im Traum, würde ich das zu irgendjemandem sagen, wenn die Mutter im Krankenhaus ist. Hä, was hätte ich denn jetzt davon abher zu fahren, ey. Alter, Digga, das ist heftig. Der meint das ernst, ne? Der packt das in dieses Video und dachte sich halt wirklich so, ja, man, damit nehme ich die alle Hauptswahl, die sind unzuverlässig. Ich bin hier der gute Typ. Ey. Wie du es sagtest, Tim, wieso ist er nicht der neue Drachendort? Ja, Digga, Real Talk. Also, wie gesagt, ich will niemanden dazu aufstachen, ihn zu haten oder sonst irgendwas, auf gar keinen Fall, ne? Aber, also, so von der Art her, von dem, was er von sich gibt, ist das einfach der neue Drachendort. Und, sorry, es ist einfach so. Das ist schon echt krass, wirklich. Und jetzt machen wir mal hier auf jeden Fall zurück, 10 Sekunden, Digga, oh mein Gott. Ich würde sagen, wir hören uns kurz den einen Satz an, dann hältst du ihn 20 Minuten. Aber ich will wahrscheinlich ruhig sein, oder? Einfach ruhig sein, oder? Du sagst was dazu, ich gehe auf Toilette, ich muss nämlich auf Toilette, aber wir hören uns den Satz an. Ich höre dann, was du dazu sagst. Das ist krass, wirklich. Das ist bisher der Hälfte. Das ist auch für dich krass? Klar. Ja, hoffentlich. Ja, das geht ja gar nicht. Ich würde dich gleich kritisieren, wenn das nicht für dich krass wäre. Ja, das geht gar nicht, Alter. Digga, das ist schlimmer als das Video gegen dich. Ich dachte, du sagst hier, wir machen Chili-Milli. Sas, komm vorbei, so, wir trinken ein bisschen und chillen. So, sag mir doch so, bevor sowas passiert. Das muss ich gar nicht mehr. Digga. Erstmal, was hat das damit zu tun, ob deine Mutter im Krankenhaus liegt, dass du nicht wegfahren kannst? Also, auch wenn meine Mutter im Krankenhaus liegen würde, ich meine, es gibt ja, sie wird jetzt nicht, also, ich weiß jetzt nicht was, ne? Aber, du wirst ja auch letzte Woche, dass sie im Krankenhaus liegt. Und, warum ist das jetzt wieder ein Grund? Ich weiß, man kann jetzt argumentieren. Digga, du willst doch nicht. Er meint das nicht ernst, das ist cringe, er macht Verarsche. Jetzt mal, okay, 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 okay. Guck mal, ey, ähm, hatet mich alle, hatet mich alle, ist mir scheißegal, ihr könnt mich alle beleidigen oder sonst was. Aber, ich darf hier nicht beleidigen, Twitch und so weiter, wegen Kuchenskanal. Gibt es einen unangenehmeren Menschen? Gibt es einen schlimmeren Menschen? Ja, der, so, ich sag mal so, wenn es durch seine Musik nicht klappt, dann müsste er durch sowas Reichweite kriegen, weil es gibt keinen grausameren Menschen. So, das Einzige, was grausamer ist, ist wahrscheinlich irgendwas mit Kindern oder so, wollen wir gar nicht drüber reden. Wie kannst du so sein? Wie? Wie kannst du denn so sein? So, jetzt mal Real Talk, so, so, man darf niemanden auffordern, so, sonst was so, aber man muss ihn doch fragen. So, der, bruh, nicht mal, mh, einfach so, so, meinst du das ernst? Ernst? Meinst du das ernst? Wirklich an den anderen haben, äh, ja, äh, ne, Deutsch, ähm, Dings, ähm, äh, ich hoffe, äh, bei Gott, dass es deiner Mutter gut geht, oder wie auch immer, ne? Ich hoffe, dass sie gesund ist, oder, falls nicht, dann hoffe ich, dass es da, wo sie jetzt ist, dass es ihr gut geht, so, wo auch immer. Ähm, ich, ich bin sprachlos, Digga, äh, äh, Amina, ähm, hier, 191, ich bin sprachlos, ich, ich muss mir das hier anhören, ich, ich dachte, Kuchen ohne Witz, er sagt mir heute so, ja, wir haben ein bisschen Spaß über Blazen, das ist doch, das ist doch tiefgreifend, Digga, ich schwitze gerade, weil ich mich aufrege, so, und ich bin ein Mensch, ich schwitze nie, äh, so, bei so, so, ich, ich, wirklich, mir fehlen die Worte, mir fehlen richtig die Worte. Oh, und der, das, äh, Schlimme ist ja noch, der sitzt da, entspannt des Todes, so, ein bisschen so, hm, ja, Kopfhörer, hier, da, bla, 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 so, 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 meine Familie, ganz ehrlich, ich hab meinen Frieden damit gemacht, so, ich hab, äh, auch so, vor zwei, äh, ne, eineinhalb Jahren, so, KuchenTV ist mit mir an das Grab meiner Mutter gefahren, hat das mit mir gepflegt, und so weiter, wir waren da, hat mir Kraft gegeben in der Zeit, da war es noch relativ frisch, äh, und so, ich hab das verarbeitet, so, aber, das ist doch ein Schlag in die Fresse für jeden, der irgendwie ein krankes Familienmitglied im Krankenhaus hat, Entschuldigung, ähm, oder sonst was, das ist einfach asozial, äh, darf man asozial sein? Ja. Das ist einfach nur asozial, so, und jeder, der etwas anderes sagt, ja, ne, man soll jedem seine Meinung lassen, aber in meiner, in meiner Wertevorstellung, in meiner Wertevorstellung, so, und ich bin sehr deutsch erzogen worden, so, auch wenn meine Mutter aus Afrika kommt, so, also meine Mutter hat immer drauf geachtet, dass wir sehr integriert sind, alles, ne, tralala, deutscher Abitur, blablabla, so, das ist ekelhaft, darf man sagen? Ja, ja. Ekelhaft, das ist wirklich, das ist, wie, wie, ich denke mir immer so, manchmal so, guck mal, bei Kuchen hat die einen gut gearmst, so, manchmal denkt man so, ja, äh, wir treten runter, oder, nein, wir treten nicht runter, wir treten noch gar nicht hoch genug, so, so, um den von seinem asozialen Rost runter, so, wir, wir sind, wir sind heiligenscheinträger gegen den, so, was macht der da? Ja, so, ich bin auch nicht fehlerfrei, ich mach auch scheiße, so, aber was macht der da? Sorry. Schlimm, schlimm, ganz schlimm. Die, ähm, die Familie, Familie über allem Situationen, Alter, bist du rücksichtslos und blablabla, weil Familie und irgendwelche Krankheiten natürlich immer die Argumente sind, die du einfach nicht anfechten kannst. Ja, kannst du nicht. Weil, darauf kannst du, darauf kannst du, kannst du alles ausspinnen, wie du willst. Kannst du auch nicht. So, im gleichen Atemzug, um 14.13 Uhr. Alter, ist das ein Unmensch. Ist der Notorious End hier im Chat. Unmensch darf man sagen? Ja, ja. Okay. Das ist, äh. Weil du sagst Dinge und danach darf man das sagen. Achso, sorry, ich sehe, wenn dein Katz kappern. Alles gut, bis hier, weil ich bin Kollege vom Kulhai. Ich reiß mich sehr zusammen. Mit Kulhai gab es auch mal Beef und, ähm, aber mit Kulhai, wir haben das sehr, sehr sachlich und schön geklärt. Wer ist der Typ, der die ganze Zeit seinen Instagram postet, ist auch unangenehm, das tut es halt. Oder wer ist das? Stream Elements, wer ist das? Wer ist das? Was ist das? Was ist das? Komm, lach mich auf. Was ist das? Das ist ein Bot von mir. Und der postet meinen Instagram-Link. Dicke, ich sehe die ganze Zeit nicht. Ich trinke die ganze Zeit und denke, warum postet er das die ganze Zeit? Ja, wir wissen es doch jetzt so. Die ganze Zeit. Sorry, tut mir leid, Bruder, mein Fehler. Ja, komm, lach mich aus. Das ist okay. Klipp das mal. Das ist okay. Nein. Du musst das klippen und endlich mal an. Ich muss dich beruhigen. Ja, ich beruhige mich auch jetzt. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, wenn du mich hier reinholst. Ja, guck mal, das Ding ist, also Blazin will ja quasi damit sagen, dass das halt nur eine Ausrede von dem Typen ist. Also er beschäftigt sich quasi darüber, dass er nur so tut, als ob das Ding ist, solange er es nicht weiß, hat er darüber nichts zu urteilen. So ganz einfach. Und wie du schon sagst, ist es einfach dreist. Ja, okay, es kann eine Ausrede sein, theoretisch. Wobei ich mir auch die Frage stelle, warum sollte der Typ das als Ausrede einfallen lassen? Also es ist ja schon krass, sag ich mal. Dann würde ich halt was normaleres nehmen. Aber solange er es nicht weiß, hat er darüber nichts zu urteilen. Und das ist halt einfach richtig widerlich. Weil er weiß nicht, was Sache ist, aber beschwert sich trotzdem darüber. Und der End, keine Ahnung, der ist halt ein Kumpel von ihm. Und der ist dann, das ist so einer so, der gibt mir keine Props oder so, ne? Aber der guckt meine Storys immer und hängt scheinbar auch in meinen Streams ab. Also irgendwas ist interessant an mir für ihn. So, und die kennen sich auch irgendwie. Wie wir nachher tüchten. Und ich rede im Chat über die Pat Damon-Situation. So nach dem Motto, ja, ich hoffe, es gibt diese Woche endlich wieder irgendeinen Grund, warum er nicht kommt. So, ne? Einfach, weil ich Bock auf das Feature habe und mir das ja auch wünsche. Sonst würde ich ja nicht so davon reden. Es gibt auch Zeugen hier. Ihr könnt auch mal die Zeugen in den Chat schreiben, dass ich nichts Schlimmes gesagt habe. Sondern einfach nur, gehofft habe, dass er kommt, weil er bisher immer noch nicht geantwortet hat. Und dies und das. Das ist schlimm, das Video. Also, die Meinung von mir war auf jeden Fall, also die Hoffnung war, dass er zu morgen kommt und ich nicht wieder irgendeine Ausrede. Mit das Twizy-Fronted-Streaming-Element. Das wird sich wahrscheinlich jetzt verbreiten, das ist so unangenehm. Scheiße, man, die hat mich gebraucht. Warum er nicht kommen kann. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass es dann einfach wieder die Krankenhaussituation ist. Ich habe mich erwischt, Alter. Und dann, in diesem Moment, also wirklich, also weiß ich nicht, ob das eine höhere Macht war, sehe ich auf einmal bei Instagram rot eins und sehe, ich habe eine Nachricht. Und es ist diese Nachricht. Und dann, okay, Ausrede, beziehungsweise Aussage, warum er nicht kommen kann, dahingestellt. Aber eine Sekunde später... Gegen KuchenTV damals oder jetzt gegen Twizy. Ach, was gegen Twizy? Ach, ey. Ich sage mal eine Meinung, alles gut. Sei gegen mich. Mir ist das egal. Muss ich gerade revidieren. Warte, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Das gegen KuchenTV damals oder jetzt gegen Twizy? Nee, der meint für uns, aber wieso? Was ist denn gegen Twizy? Gegen mich? Das gegen KuchenTV. Nee, ist egal. Von Blazin. Nein, der war von Blazin. Damals, was er gegen mich gemacht hat, was er jetzt gegen dich macht. Wir sind auf dem Eilbom, sind wir beide gedisst. Gerade gehört, dass du live unterwegs warst, bist und mir wieder Ausreden unterstellst. Dachte, das Thema hätten wir durch, Alter. Also er hat, der End ist dann da hingegangen, diese traurige Gestalt und sensationsgelle Menschen, die, ey, der redet hier gerade über dich. Ich weiß zwar gar nicht, ob das positiv oder negativ gerade ist, aber, äh, gibt's da Beef? Und jetzt gibt's zwei Ursachen. Einmal den End, ähm, der, ja, keine Ahnung, der einfach kein Leben hat oder so, keine Ahnung, und bei mir abhängt. Ihr habt, ihr habt auch alle kein Leben, die ihr gerade im Stream sind. Nein, Spaß, äh. Die zwei Leute, Digga, ne? Hinter jedem Spaß steckt ein bisschen... Das aber jetzt eher auf Pat bezogen. Eddie? Du nimmst einfach eine Aussage von jemandem, äh, habt ihr Beef? Also, der End hat nämlich gesagt, er hätte ihn gefragt, ob wir Beef haben. Und, aber das kann ja nicht die Frage gewesen sein, weil dann hätte ja Pat einfach sagen können, nein, haben wir nicht, wieso? Ja, weil der gerade im Stream über dich redet oder so, kann ich mir jetzt vorstellen. Und Pat nimmt das als Grund dafür, er muss gerade revidieren, hab gerade gehört, du bist live und redest über mich, ja? Dacht ihr, das Thema hätten wir, Alter. Und ich bin hier einfach mit zwei Leuten. Digga, wie lange geht das noch? Zwei Leute. Habt der eine zurecht. Ja. H1 ist einer davon. Der kennt Pat Damon auch und der kann auch bezeugen, dass ich, äh, hier nichts Schlimmes oder irgendwas lächerlich mache, das in Bezug auf Pat Damon gesagt habe. Ich bin auch auf 1,25 von mir aus. Mir egal, ich bin am Start, Alter. Es ist, es ist deine Reaktabe. Das ist noch normaler. Und der du ist, genau, der schreibt doch gerade, du hast nur gesagt, du glaubst es zwar nicht mehr, dass er noch kommt. Nein, noch eine Schätze. Zurecht, wenn man schreibt. Das sag ich auch nicht, er beschwert sich jetzt darüber, also Blazin Daniel hat öffentlich über ihn abgelistert und der andere Typ sagt, ja, warum machst du das in einem Stream? Und Blazin Daniels Argumentation ist, ja, es gucken ja nur zwei Leute zu. Hä, es ist doch trotzdem öffentlich, egal ob dir ein oder zwei Leute zu gucken, es geht doch keinem was an, so macht es doch nicht öffentlich. Es kann doch, theoretisch können ja auch 100 Leute zugucken, bei dir jetzt nicht, aber theoretisch halt schon. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, ich stimme dir zu, aber du würdest dich mega freuen, wenn er kommt und du hast kein schlechtes Wort über ihn gesagt. Du hast nur gesagt, wie unzuverlässig andere, mit denen du Features machen wolltest, nicht antworten. Ganz genau. Und, so, und jetzt kommt jetzt das Finale. Okay, er schreibt das erstmal und ich mache ihm natürlich sofort eine Sprachnachricht, um die Dinge klarzustellen, weil scheinbar werden ja andere Worte auf die Goldwaage gelegt, obwohl das ja angewiesen worden sind, die Worte waren, habt ihr Bief. Wenn ich den Chat nicht komplett verprillen. Darauf kommt, ob wir Bief haben, wenn ich die ganze Zeit davon rede, dass ich mich auf das Feature freue. Dann noch das Persia-X-Video, oder? Boah, aber dann, Digga, wenn du mich hier in Rage haben willst, heute dann gerne, Alter. Ich sage, Digga, ist doch alles gut. Ich finde es interessant, wie man in einem Stream mit zwei Zuschauern sowas. Damit tust du dich doch selber, Junge. Nee, ich habe gesagt, ich habe... Wenn ich der Einzige, der so aufhört, ausraste doch. Der Ferdinand wollte am Wochenende kommen und letztes Wochenende war er, wollte er kommen. Das ist schneller, also? Ich habe ihm angeboten, dass ich jeden Tag Zeit habe. Du redest jetzt mehr, ja? Ja. Ich bin halt schon davon ausgegangen, dass du nicht kommst. So. Das ist das Ding. Erstmal an der Stelle, ist es verwerflich davon auszugehen, dass jemand nicht kommt oder ist das eine geheime Information, die ich nicht preisgeben darf? Vor den zwei Leuten, mit denen ich hier sitze. Ich glaube, es ist davon auszugehen, dass du nicht kommst, wenn du die ganze Woche wieder nicht schreibst. Und, ja, also es ist ganz rational. Es ist einfach nur ein Fakt. So. Das ist kein schlechtes Wort. Die Situation, dass du dich da in einem schlechten Licht gerückt fühlst, hast du die ja selber zuzuschreiben. Da du unzuverlässig bist, scheinbar, als Fakt. Anhand der Story, die ich erzählt habe von meinem Kumpel. Die vor sechs Jahren oder so war und scheinbar haben sich die Dinge nicht wirklich geändert. Und die Situation habe ich trotzdem außen vor gelassen, weil ich natürlich meine eigenen Erfahrungen mit dir mache. Also, da musst du jetzt nicht, weil du live warst, Digga, zwei Zuschauer, das ist für mich, ja, nicht mal live. Aber ich finde es natürlich schade, dass das jetzt wieder nicht zustande kommt, weil jedes Wochenende ist ja irgendwas, ne? Ähm, ja. Egal, was soll ich... Also, es ist faktisch gesehen, das ist deine Schuld. Zu sagen, Pet. Dass ich öffentlich darüber geredet habe, ist deine Schuld. Was soll ich dazu sagen? Ist dann so. Ja, Pet. Was soll ich dazu sagen, Digga? Was soll ich dazu sagen? Dieser Typ hat mir wirklich... Du hast wieder das Treffen verschoben, du hast dich eine Woche darauf nicht gemeldet, nachdem du gesagt hast, dass es optimal ist. Nächstes Wochenende steht und du hast dich ja nicht gemeldet. Hey, das war hart. Ich schreibe dir vier Tage vorher, dass ich an vier Tagen Zeit habe, potenziell. Ja, weil man sagt, jedes Wochenende ist irgendwas. Wenn seine Mutter im Krankenhaus liegt, ja, da ist irgendwas. Ey. ... und Freitag arbeitest, alles gut. Aber ich sage dir, dass ich auch Samstag und Sonntag Zeit habe. Obwohl, ja, scheinbar der Sonntag so gefühlt abgemacht war. Aber ich gebe dir vier Tage Zeit und du hast die Nachricht gelesen und du hast nicht geantwortet und meldest dich dann jetzt... So, darf ich eine Frage stellen? Ja, dass deine Mutter immer noch im Krankenhaus liegt, was für dich ein Grund ist, dass du scheinbar nichts auf die Reihe kriegst und dies und das... Wusstest du das? Ja, dass deine Mutter immer noch im Krankenhaus liegt, was für dich ein Grund ist, dass du scheinbar nichts auf die Reihe kriegst und dies und das... Hast du gehört, was er gesagt hat? Ne, mach nochmal gleich zurück. Aber ganz kurz nur, bevor du mich heute in den Stream 3 sagst, wirklich Reto, wer lügt mich hier an. Wusstest du, dass das kommt und dass das mich einfach auf 180 bringt? Ich bin gerade sausauer, Alter. Ich bin sausauer, Alter. Ich hatte nur die ersten beiden. Ich hatte nur die ersten beiden. Ich ziehe gerade wahrscheinlich auch eine Fresse wie sieben Tage Regenwetter, also sorry. Die ersten beiden kann ich... Ich wusste, dass da so eine lange Story ist, aber was genau, da habe ich... Ich bin richtig sauer, Alter. Ich habe vier Tage Zeit und du hast die Nachricht gelesen und du hast nicht geantwortet und meldest dich... Hör mal zu. Ich höre zu. ...dann jetzt, ja, dass deine Mutter immer noch im Krankenhaus liegt, was für dich ein Grund ist, dass du scheinbar nichts auf die Reihe kriegst und dies und das, was ich jetzt einfach mal so hinnehme. Was ja nicht mal mehr... Es geht ja nicht mal mehr darum. Es geht darum, dass du jetzt von irgendwem das Wort nimmst und sagst, ich habe gehört, du warst live und redest live über mich. Das kannst du vielleicht bei jemandem sagen, so der mit, äh, mit... Ja, okay, ich bin auch live mit einem Zuschauer, aber live ist für mich, wenn du von der breiten Masse, so von 100 Leuten oder was auch immer, schlecht über einen redest, aber ich habe halt nicht schlecht über dich geredet. Zu keinem Zeitpunkt, nein. Du wirst das jetzt als schlecht reden empfinden und wahrscheinlich, der liegt meinen privaten Chat und das geht nicht. Digga, darum dreht es sich überhaupt nicht. So, ich kann deinen Namen auch zentieren und kann... Geht doch nicht live! Hast du dir doch einfach... Darum dreht es sich gar nicht, Digga, wenn er sich darüber beschwert, beschwert er sich darüber. Kann er doch auch so, du hast in seinem Chat gelegt, ey. ...auf deine Taten, auf das, was du sagst und nicht einhältst. Es geht nicht um den großen Blazen Daniel, den man redet und antwortet... Den großen Blazen Daniel! ...dem man 24 Stunden erreichbar sein muss. Ja! Darum geht es nicht. Ich habe dir genug Freiräume gelassen, dich nicht bedrängt, die mehrere Möglichkeiten gegeben. Du hast hier eingewilligt, dass du Bock auf das Feature hast. Das ist viel geiler mit 1,2. Eingewilligt gesagt, dass du gerne vorbeikommen würdest auf ein paar Bierchen. Du wärst herzlich eingeladen gewesen. Wir hätten hier vielleicht im Stream gesessen, hätten das sogar live gemacht oder was auch immer. Es hätte Spaß gemacht. Ja. Ich habe einfach nur darüber geredet, dass du wahrscheinlich nicht kommst, weil ich das Gefühl habe. Und weil ich das schon von Anfang an traurigerweise mit eingeplant habe. Und du bist da abgegangen und das Finale kommt jetzt. Ja, seine Mutter ist im Krankenhaus. Dankeschön, dankeschön. Ich dachte, du warst der Einzige, der so ein bisschen... Und danach sage ich, ich habe gesagt, ich hoffe, dass es klappt und du kommst. Danke. End. Nein, es sind ja einige, die sagen, Peace an alle, Alter. Es ist dieser End, weil ich den im Chat gesehen habe. Also nicht im Chat, sondern bei den Stream-Leuten, die bei mir im Chat sind. Meinst du End? Das wurde mir inhaltlich leicht anders zugetragen. Woraufhin ich den End im Chat gefragt habe, was hast du denn dem Petter gesagt? Und er hat nur gesagt, ich habe ihn nur gefragt, ob ihr Beef habt. Da scheint es ja auch ein paar Diskrepanzen zwischen Wahrheit und Realität zu geben. Mit Mediengestalter? Also, es geht Pet jetzt an die Decke. Der kann doch nicht so dumm sein. Der kann doch nicht so dumm sein. Also, hä? Einfach hä? Was wurde denn zugetragen? Die wurde nur zugetragen, ob wir Beef haben. Woraufhin er hat gesagt, nein, wieso? Dann, ja, weil der gerade im Stream gesagt hat, dass dies und das keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich muss kurz mit Noah facetimen. Ist doch scheißegal, was er gesagt hat, weil du könntest ja, wenn du das gehört hast, erst mal mich fragen. Ich habe gehört, du hast live, Digga, was hast du denn da gesagt? Ich dachte, wir hatten, ja, und das habe ich gemacht. Hallo. Ich live-streame noch. Man hört euch. Hallo, Noah. Jetzt kannst du Papa Hallo sagen. Hallo, Papa. Hallo, Noah. Oh, ist der süß. Na, alles gut? Machst du Quatsch mit Mama? Und gleich geht's schlafen? Ja, das rote Wänkchen, der Schöne. Magst du blazen, Daniel? Na, hat genickt. Scheiße. Hallo. Nein. Na? Dann sag mal Papa noch, was wir zum Abendbrot gegessen haben. Papa Essen. Was haben wir denn gegessen? Ich habe Pommes gegessen. Pommes? Ui. Alter, der sieht schon ähnlich aus wie du, ne? So ein bisschen, Alter. Sag mal Baby Club. Pommes Club. Super. Er soll mal Twizzy sagen. Sag mal Twizzy. Twizzy. Dankeschön. Super, Chef. Möchtest du gleich noch ein Buch angucken zum Schlafen? Noch ein Kuss für Papa? Er ist schon ein Traum, ne? Noah, möchtest du gleich noch ein Buch angucken? Tschüss, Papa. Tschüss. Ja, Papa. Tschüss. Tschüss. Kriege ich noch einen Kuss? Ja. Tschüssi. Fürs Protokoll. Noah ist so einer, der geht auf den Spielplatz, nimmt eine Schaufel Sand und wirft seinen Vater in die Jack. In dieser Sprachnachricht, in dieser Sprachnachricht habe ich dir gesagt, was Phase ist. Dort wurde die Anlass zugetragen. Schöne Grüße an den Clown, der mich im Chat Lappen nennt. Digga, nicht eine Person hat dich Lappen genannt. Nicht einer. Wer soll das auch getan haben? Oh ja, keiner. Ja. Daraufhin, keine Ahnung, warum ich das hier geherzt habe. Daraufhin sage ich nochmal. Ja, Pet, das ist das Ding, ne? Vielleicht guckst du mir ja gerade zu oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt das Ding immer, wenn dir irgendwas zugetragen wird. Zugetragen. Ich habe den N hier im Chat und der sagt, ja, ich habe nur deinen Namen gehört und habe hier dem Petter gesagt, ob ihr Beef habt. Digga, du kannst jeden hier im Chat fragen. Wen denn? Warum rede ich denn so? Warum? Ja, weil ich hoffe, dass das Feature mit Pet zustande kommt. Sonst würde ich doch überhaupt nicht darüber reden, Alter. Das fuckt mich ab. Das wurde mir inhaltlich zugetragen von irgendwelchen anderen Leuten. Ich bin mit drei Leuten hier im Chat. Meine Livestreams sind nicht krass oder so. Da ist es nicht, boah, du ziehst es in die Öffentlichkeit oder so. Das ist wie ein privater Room. Und ich habe hier nichts Schlechtes über dich gesagt, außer dass ich Angst habe, also Angst in Anführungsstrichen, dass du wieder nicht kommst. Und dann habe ich geschrieben, glaubst du also jedem, der dir gerade was zuträgt? So, bevor ich jetzt hier auf das Finale gleich eingehe, im Chat, äh, das Finale. Meine Meinung, ich glaube, er wollte sowieso nicht kommen und jetzt nach irgendeinem Grundgesuch nicht zu kommen und jetzt mit Absicht mehr in Sachen reininterpretiert. Genau das habe ich nämlich auch im Gefühl, denn jetzt kommt das, das sind Geschichten, die kannst du dir nicht ausdecken. Okay, das ist nur das Highlight. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Hm. Ich gehe, also nee, was habe ich da noch geschrieben? Ähm, ohne Wortlaut, Stimmung und Hintergrund zu kennen, glaubst du jedem, der dir das zuträgt? Das ist auch ein bisschen ungeil. Der Typ ist offensichtlich einfach genäher vom Blazin Daniel, aber er checkt es auch wieder nicht. Anstatt, also, also, das, pass auf. Nur, nur kurz, äh, weil es kommen ja auch immer wieder neue Leute in den Chat. Blazin Daniel kann es nicht verstehen, warum ihn einer nicht antwortet, wenn seine Mutter gerade in Schmerztherapie im Krankenhaus liegt. Nur noch mal für die Masse, ja? Mhm. Weil, weil da, ich will nicht, dass es vergessen wird. Weil, das wird in, in meiner Welt, Leute, die meine Werte fühlen, wird das sein Leben an ihm heften. So, und das, das geht nicht mehr weg. So, wenn er sich irgendwo bewirbt, China, ganz weit weg, keiner kennt es. Yo, Blazin, yo, wir freuen uns so, wir würden sie einschauen. Aber damals in diesem Livestream, mein Lied, nein, Spaß, so ist es einfach so, nein, einfach nein, hör auf. Okay, weiter. Der hat hier noch ein Bier mit Pat Damon im Chat gehabt. Wir müssen gleich Fensterkipp machen, was geht, Alter, Sauerstoff. Ist schon Kipp. Ach nee, ist ja zugehört. Ja, mach mal, mach mal auf, Digga. Geh ich auf das Profil? Da ist einfach nichts mehr. Achso, warte, hier, sorry. Ja, zu Recht hat er dich geblopft. Keine Weitungen einfach. Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht. Blockiert. Zu Recht. Warum? Wenn er dich nicht geblockt hätte, hätte ich hier auch gehen. Warum, ey? Weil, und jetzt, also, es gibt einfach keinen Grund, es gibt keinen Grund, warum du mich jetzt blockiert hast. Ich habe dich sachlich gefragt, dir gesagt, was Sache ist. Was? Was sagt ihr denn? Vielleicht guckst du mir gerade zu oder so, keine Ahnung. Bla, bla, bla. Vielleicht ist das Problem, dass du einfach das glaubst, was dir zugetragen wird. Er sieht dir nicht zu, du weißt, welche zwei Leute dir zusehen. Du blockierst mich, Digga, und jetzt kommen wir zum Resümee. Von dieser ganzen Situation. Alla Maestro. Ja. Keck. Es sollte ein Kitsch anstehen. Du hast es zweimal verschoben. Plus dann einfach irgendein Grund hier, dass, du redest kein Leib über mich. Okay, jetzt reicht es echt. Ich dachte, wir hatten das Thema schon. Wir haben schon über gegenseitig Respekt geredet. Ja, und ich habe Respekt vor dir, Pat. Nein. Durchgehend gehabt. Durchgehend. Nein. Trotz dessen, dass ich nie daran geglaubt habe, dass du hierherkommst. So, ne? Was dir auch keiner, wo du dich auch keiner gezwungen hat. Du hättest dir auch einfach ganz normal deine Hook bei dir zu Hause aufnehmen können. Dann wäre das auch überhaupt kein großer zeitlicher Aufwand gewesen. Du hast Fehler begangen. Ja. Du, Pat. Nicht ich. Ich habe... Blazin Daniel macht überhaupt keine Fehler. Blazin Daniel ist generell der perfekte Mensch, müsst ihr wissen, wirklich. Wenn, dann schreibst du mir oder kontaktiere mich so sonst immer. Bezieh dich nicht auf irgendwas, der liegt in unserem Chat. Ich habe hier eine sachliche Situation wieder gespiegelt. Und du hast dich kindisch verhalten. Du hast für einen erwachsenen Mann einfach peinliche Scheiße abgezogen. Du hast vor sechs Jahren schon einen guten Kumpel von mir abgezogen. Hat er? Digga, vor allem, nachdem du einen Monat hinhältst, ihm deine hingerotzte Hook schickst, denkst du, der freut sich noch auf den Track und ist stolz auf den Track. Hier, das ist mein Feature mit Pat Damon. Der hat mir zwar... Es war zwar total... Die ganze Situation ist schon zum Scheitern verurteilt, weil es keine gute Connection... Ich stelle dir mal vor, als wir letztens irgendwie fünf Stunden mit dem Auto irgendwo hingefahren sind, wir hätten ihn dabei gehabt und hätten einfach mit ihm reden. Das ist ja lustig. Ich lade ihn ein, Digga, ich bezahle ihn dafür. Du hast ihn einfach noch dafür dumm angemacht, weil er den achten Monat hinterher gerannt ist und wirklich in humanen Sätzen auch noch. Wichtig? Also bei mir hätte ich schon viel mehr gemacht, als er so... Warst du dich gerade zweifelbeigegangen? Was verarschst du mich hier? Also, ich hätte so nett noch geschrieben, hey Pat, ich habe jetzt wirklich darauf gewartet. Ich warte jetzt schon seit zwei Wochen und ich verstehe das nicht. Du hast auch gesagt, du schützt mir die Hook heute Abend und hast es dann wieder in zwei Wochen. Gucken wir noch das gleiche Video. Habe ich ein anderes Video? Also du hast mich krass getriggert mit dieser Situation. Du warst mit dem Wandern, ja, es war auch so unangenehm. Zurecht. Vielleicht hast du geschafft, was du wolltest. Aber... Da müssen wir im Resümee eigentlich nochmal drüber reden. Wie war das für dich, als du im Restaurant mit ihm Essen bestellt hast und er zur Kellnerin meinte, ja, ja, bring das Essen gleich, aber mach noch ein Foto von uns. Digga, das Schlimmste war, wir sind ja da hingefahren und wir haben halt so ein bisschen hin und her geredet. Plötzlich guckt er mich so an. Digga, warst du schon mal glücklich im Leben? Was? Ich liebe mich. Ey, was? Warum? Das hat er so richtig unangenehm gesagt. Die ganze Situation war dann richtig cringe. Wirklich. Aber, aber, jetzt, ich, irgendwann, ich will das ja immer, irgendwann wirst du nicht damit rechnen. Wir werden irgendwo unterwegs sein und wenn es an der Tankstelle ist und ich werde so sagen, ey, entschuldigen Sie, ich brauche kurz Ihre Hilfe und sie wird so rauskommen. Was funktioniert denn mit der Tankstelle? Ey, ich würde gerne kurz ein Foto mit Jure TV machen. Irgendwann wird es kommen. Pass auf, Alter. Das ist so geil, Mann. Ich würde mal dieses Thema über diese Unzuverlässigkeit mit Menschen hier öffentlich machen, beziehungsweise einfach mit meinen Abonnenten diskutieren, weil ich es schon für interessant halte und mich andere Meinungen dazu interessieren würden. Hat er Likes gegerdet? Ein paar, ja. Wie sowas, also warum sowas passiert, warum Menschen Worte geben, die sie nicht halten, auch vor allem leichte Worte, die sie nicht halten. Also es sind ja keine, es sind ja keine krassen Dinge, so du musst mir das und das machen und du musst dir ein Haus bauen oder so. Das sind ja... Ja, es ist schlimm, wirklich, es ist schlimm. Ein Hook mit vier Zeilen oder acht Zeilen. Digga, warte, ich spiele ganz, ganz kurz eine Hook ab. Die habe ich in wirklich fünf. Bevor ich heute hergekommen bin, habe ich mir gesagt, nee, ich trinke nochmal was anderes als Bier. Ich will heute nicht besoffen sein und irgendwie mich mitreißen lassen, sondern einfach das neutral mit dir mitgehen und so. Aber es ist schlimm. Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist, äh, ich bin nicht betrunken. Er checkt es auch nicht. Es ist sehr schlimm. Und in fünf Minuten... Ein Aumalde, ja. Soll jetzt nicht der Maßstab der Dinge sein, aber ganz kurz, warte. Noch ein Perser? Wolltest du mal sich zu bitten, Spaß dir? Hä? Noch ein Perser? Sind nur noch verblasste Geschichten. Lädst du die hoch? Nee, ne? Doch. Echt? Klar. Oh, da so fuckies aussieht, jetzt will ich, dass du aus meinem Kopf aussiehst. Ich bin mit dir entgültig fertig, bevor wir nochmal neu anfangen, sterb ich. So. Jetzt ist es Friday. Ja. Ähm, aufgenommen, geschrieben, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Sehr schön. Also das ist auch, also, nur damit ihr nicht denkt, weil seine Argumentation zu meinem Kumpel damals war, scheinbar weißt du nicht, wie es in der Musikproduktion läuft und dass das völlig normal ist, diese Zeiten. Es ist völlig normal, dass man einen Monat für eine Hook benötigt. So. Ne? Also, das ist, nein. Das ist einfach nur Verarsche, Hingehalte und lächerlich as fuck. So, jetzt muss ich kurz den Chat lesen. Äh, wenn, H1, für jemanden, der Jahre Musik macht, ist ne, ist ne Hook mit vier Zeilen, wenn man den Text hat, ne Sache von ein paar Minuten und dann abmischen. Abmischen dauert länger als das Aufnehmen. Ja. Ähm, so ist es halt. Und hier reden Musiker, ja? Also hier reden wirklich Leute, die wissen, von was sie reden. Und... Meint er das ernst? Tja, meint er das ernst? Einfach, dein Ernst? So, so, so Kenneck-mäßig. Dein Ernst? Fragezeichen? Was? Aber das habe ich schon versucht zu sagen. Ich bringe, ich setze nicht meinen Maßstab an andere, weil ich weiß, andere sind anders und haben Leben und haben dies und das und alles, was man sagt, die haben auch ein eigenes Leben und blablabla, alles Zeit, die mit einkalkuliert und eingeräumt wurde. Ich habe niemanden zu einem Termin gezwungen. Ich habe gesagt, okay, bis wann schaffst du es denn? Oder dies und das. Ich habe mich auf deren Daten eingelassen. Die Daten wurden nicht eingehalten. Und das ist so im Endeffekt das, was dabei rauskam. Ähm, wer war eigentlich der Kumpel, der abgezogen wurde? Ja, das möchte ich. Ich werde es jetzt einfach mal nicht liegen, weil ich nicht weiß, ob die Person... Ach, er wird es nicht liegen, Alter. Das möchte ich. Oh, so. Ich bin ja nicht bekannt dafür. Oh, ehre Mann. Das ist auf jeden Fall passiert. Da rufgebe ich euch Brief und Siegel. Eich von Siegel. Mein bester Freund. Dann ist aber nicht passiert, weil wenn er es liegen könnte, würde er es liegen. Aber mich interessiert jetzt auch, wir wissen ja, wenn ich sowas rausbringe, ist es dann... Es ist Real Talk. Wenn es für Themen und Meinungen gibt, die mich jetzt in einem schlechten Licht darstellen lassen wollen, bin ich gespannt drauf. Wie lang noch, Alter? Nein. Ich habe versucht, mich auch wirklich immer selbst zu reflektieren. Und auch, ähm... Ja, halt nicht einfach mich als Maßstab der Dinge zu nehmen. Weil andere... Er macht das die ganze Zeit. Er ist doch die Schlüsselfigur in der Geschichte. Er ist der Beste. Er ist der Coolste. So was gibt es bei mir nicht. Also ich habe... Terminkalender, der Terminkalender besteht doch aus deines Songs zu machen. Ich rede von, ob ich Vollzeit arbeite, ob ich Teilzeit arbeite, ob ich gar nicht arbeite. Ich habe Alben in jeder Phase gemacht. Und jedes Mal in der gleichen Zeitform. Und jedes Mal unangenehm. Das ist... Wenn man nicht beleidigen will, ne? Unangenehm. Weiß ich, dass es einfach lächerlich ist, wenn andere... Und jedes Mal lächerlich, ja. Das... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung. Aber was ist selbst... Ähm... Sissi ist ja auch voll dabei. Finde ich sehr gut. Selbstreflektionen. Ja, danke. Und jedes Mal schlecht. Ähm... Aber... Pilzspuren, ja. Das ist ja auch so, ne? Weil ich denke, ja. Ich ecke doch so oft an mit Leuten. Und, ähm... Ja, Amina sagt auch. Respekt an uns, dass ihr so ruhig bleiben könnt. Das ist dann meine provokante Art, nachdem Leute ihr Wort nicht gehalten haben, mit denen ich sie dann akumptiere. Ich war einfach nicht drauf klar. Ja, deine Zuverlässigkeit... Ich bin bei dem einen... Sorry, Alter. So. Du holst mich her. Muss mich so. Ich hab noch nehmen. Und du kommst mir so. Muss mich hier rein. Digga. Das ist mir so scheiße. Ich hab doch extra auf dein Datum gehört. So. Ich hab... Du hast doch das Tempo vorgegeben. Ich hab dir doch gar keinen Druck gemacht. Was willst du von mir? Ein Songwerk die ganze Zeit im Untergrund? Es sind... Ne? Wenn du Leute dann mit ihren Fehlern, wirklich mit ihren Fehlern konfrontierst. Ich würd ja auch... Weil es ist ja nicht mal ein Fehler. Wenn du sagst, ich mach dir das bis Dienstag und machst es nicht bis Dienstag. Kein Fehler wäre es, wenn du sagst, äh, Montagabend, boah, sorry Digga, ich schaff's bis morgen nicht, äh, ich versuch's bis Sonntag. Ist das in Ordnung? Digga, die Leute haben auch was anderes zu tun, als mit ihr zu schreiben, man. Dass ihr das nicht checkt, man. Du bist nicht der Mittelpunkt von deren Leben. Die haben doch gar nicht... Leute... Das sind halt irgendwelche Internetbekanntschaften. Nicht mal. Leute, es gibt immer noch, ähm, äh, viele Leute... Wie gesagt, Musik ist so ein Ding, das fühlt man. Es gibt viele Leute, du kannst auch ran laufen lassen. Die machen Musik. Dankeschön. So. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo der Typ euch anschreibt und dann seid ihr jetzt vorbereitet. Ja, und dann seid ihr... In Ordnung. Dann hüte euch Gott. Aber wenn du dich gar nicht meldest und nichts dazu sagst, dann ist es nun mal faktisch nicht mein Fehler. Der bildet die ganze Zeit. Jetzt wieder Dynamik. Und dieses Thema... Geiler Typ, Alter. Was machst du mit ihm? Geil. Geil. Mit ihm könnte ich Geld verdienen, Dinge. Wirklich Geld verdienen. Obwohl ich kenne auch Real-Life-Personen, mit denen es, äh, mit denen es diese Konflikte gibt. Ja, ist das Trump. Die möchte ich gar nicht stehen. Ich möchte, dass wenn ich jemandem was sage, dass er die Worte vollnehmen kann. Und nicht, wenn ich sage, ähm, ja klar, lass treffen, morgen 15 Uhr. Und dann bin ich morgen 15 Uhr nicht da. Digga, wieso bist du nicht gekommen? Digga, mach mich doch nicht dumm an. Ich musste vielleicht noch die Wäsche machen und hier zu Hause dies und das. Und außerdem habe ich dir nicht gesagt, dass ich schwöre. Das ist halt nicht das Gleiche. Achso, muss ich jetzt zu allem, was ich sage? Ich bin morgen 15 Uhr da. Ich schwöre. Also, hat das Schwöre bedeutet, wenn ich sage, ich bin morgen 15 Uhr da? Also, wenn ich es ohne, ich schwöre, sage dann, äh... Wir haben den Peak erreicht, ne, von dem Video auf jeden Fall. Was? Das ist jetzt nur noch so Abflugstücken. Die Leute suchen einfach nur, versuchen einfach nur ihren Arsch zu retten. Mit irgendeiner Scheiße. Ob das die Mutter im Krankenhaus ist, ob das der Vater, die Oma... Nein! 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 Guck mal, ich rege... Ihr denkt jetzt so, der alte Twizy, der hätte sich aufgeregt. Der neue Twizy ist vorbereitet auf sowas. Aber, ähm, unangenehm ist das Schlimmste, was man sagen darf. Der unangenehmste, nicht Streamer, blablabla, das wäre alles eine Beförderung für ihn. Eine Dekadierung wirklich ist für ihn doch... Eine Dekadierung ist für ihn Mensch. Weil... Also, während du liest, einer hat gerade geschrieben, das unangenehmste sind die Bilder mit Timo, die existieren. Warte, ich will mal ganz kurz was holen. Du kannst mal kurz... Ey! Leute, jetzt mal ohne Witz, Tim hat mich heute hergeholt, hat mich gelockt mit Alkohol, Tischtennis und, äh, jo, mal wieder gute Freunde, ein bisschen Zeit, bla bla bla, wir gehen vielleicht noch in eine Cocktailbar und sonst was. Und dann das, mach doch nicht. So. Ich will euch nur einmal ganz kurz darauf hinweisen... Mach doch nicht! Dass wir dieses Bild hier... Was? Ich hab's nicht gewusst. Oh nein! Ja, wir haben dieses Bild hier im Büro von Timo und, äh, im Blazen... Nein! Und das sieht einfach so aus, wenn... Wenn deine Mutter kommt und sagt, also wenn du dich mit deinem Bruder geschlagen hast, so... Wenn dein Bruder sagt so, nein, nein, alles in Ordnung, meinem kleinen Bruder geht's gut, nichts passiert. Digga, dieses Bild ist wirklich Legende. Ja. Ey, jetzt mal... Ja, okay. So. Ab jetzt bis zum Video-Ende nur noch ernste Worte. Wirklich. Es gibt, ähm, äh, Leute, die glauben an Karma und die glauben nicht an Karma. Wir hören das auch weiter. Aber, ähm, es ist so... Das ist eine Krankheit... Man muss nicht so ein schlechter Mensch sein. Muss man nicht. Wirklich? Hör mal auf damit, Alter. Ist doch kacke, Digga. Also beim ersten Mal, okay, meine Mutter, äh, hat dies und das und dies und das... Oh, okay Digga, alles Gute, äh, gute Besserung, ne? Also klar, alles kein Thema. Erstmal Verständnis, klar. Zweite Mal, wieder nach Monaten treffen, angesagt, wo er zu tun sollte. Äh, ne, sorry, Mami, Mama hat wieder irgendwas, äh, ich muss auf sie aufpassen. So, okay, alles klar, ja, schade, was wieder nicht klappt, der jetzt wieder... Wenn... Meine Mutter war ja neuneinhalb Monate im Krankenhaus, ne? Wenn jemand so ein Video in der Zeit über mich... Digga. Ja, ja. Sorry so, ne? Aber sorry, dann, dann wär ich im Knast, so. Ja, ja, safe. Dann wär ich im Gefängnis, so. Hätte ich auch nichts gegen gesagt. Zweimal, viermal, fünfmal, sechsmal, du kannst es irgendwann nicht mehr für ernst nehmen, wenn dir irgendjemand mit irgendwelchen Krankheiten von irgendwelchen Menschen kommt. So, wie oft willst du die gleiche Ausrede benutzen? So, das sind vor allem, das sind gesunde Menschen, so, die haben... Was? Was? Ich weiß es nicht. Du kannst einfach nur verrückt werden. Ähm... Also, ich denk, ich hab genug zu dem Thema gesagt. Ich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren, eure persönlichen Erfahrungen, die ihr mit diesem Thema gemacht habt. Hab ich dir gesagt. Anhand dieses Beispiels extrem ausführlich gemacht, mit dem ganzen Chatverlauf... Sorry, nochmal meine persönlichen Erfahrungen damit. Äh, wenn ein Mensch ein geliebtes Familienmitglied, ähm, hat, das im Krankenhaus liegt und ein Mensch wie du solche... solche Aussagen trifft, dann ist man nur fassungslos und glaub mir, mit solchen Menschen willst du nicht mehr reden, weil ich bin gerade auf 1080, Digga. Fassungslos wie kaputte Glühbirnen. Mit allem, was passiert ist, weil ich es auch nicht mag, wenn Sachen aus dem Kontext gerissen werden und dann halt irgendwelche Sachen weggelassen werden. Die Sprachrechnen hier können ich natürlich jetzt nicht zeigen, weil ja, blockiert, weil völlig zu Recht blockiert, weil ihm wurde was zugetragen und das war dann halt auch so. Scheinbar. Ja gut, das ist hier wirklich nur noch zusammen. Ich denke, hier können wir das beenden. Also schlussendlich, das Video geht über Unzuverlässigkeit. Kein einziger Chat hat bewiesen, dass die Leute unzuverlässig gewesen sind. Das ist total falsch, was KuchenTV hier zusammenfasst. Das Video geht über Unzuverlässigkeit und es geht dann Blaze & Daniels Unzuverlässigkeit gegenüber der Menschlichkeit, Alter. Wie kann man sich denn so verhalten? Ähm, wirklich jetzt. Es ist ekelerregend, dieses Video und das, das sollte auf rotten.com sein, nicht auf YouTube. Alter, was ist das? Alter, das ist scheiße. Kann, gibt es halt eine noch gute Frage, ey. Ja, also ich finde es auch einfach ekeler fair hier. Also vor allem gegen Ende hinfall ist es auf jeden Fall schlimm mit der Mutter und so. Es geht gar nicht. Aber ich fand es auch schon davor sehr unangenehm. Du merkst halt einfach... Aber... Die eine hatte eine süße Stimme. Die eine hatte eine süße Stimme, melde ich gerne mal. Swipe einfach mal unsere DMs und gucken wir ja, ob wir ein neues Feature machen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Sehr unangenehm auf jeden Fall. Blaze & Daniel sieht sich da einfach im Recht, obwohl es halt einfach offensichtlich ist, dass er Unrecht hat. Er hat nicht bei einer Person bewiesen, dass sie unzuverlässig ist, sondern die haben alle offensichtlich einfach keinen Bock auf ihn. Und er war bei der einzigen Person, wo er es schaffen hätte können, auch unzuverlässig bei sich selbst. Ja. Und damit, meine Freunde, beenden wir diese kranke... Blazen! Shoutout! Buh!